Mal wieder zu meinem Hausfrauens Tür. Die Zahl wieder nicht da, die Kärme da ist. Fang mal an. Darauf geschissen. 26 machen wir auf. Gut, auch das. Wir kaufen gleich den Shop leer. Und zwar, es gibt nichts Tolles. Also, und zwar, ich hab gerade reingeschaut. Und meine Mulle vergessen. Na moin. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Gut, Frost Knight. Für die, die natürlich, die noch nicht haben, ist es natürlich wieder wundervoll. Aber für die, die sie schon haben, ich hab halt alle Helden schon von Frost Knight. Ich hab die Bärsäckerin Headhunter. Ich hab Arraude Flash. Ich hab alle schon. Also, für mich bringt Frost Knight im Endeffekt die einzige Sache, dass ich den Held ins Sammelbuch packen kann. Was bin ich da für ein glückliches Lama? Und, äh, das finde ich, äh, ist nicht so schön. Das könnte besser sein. Hat hier jemand ein Lama bestellt? Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und ich hab jetzt gerade im Shop, nur einmal kurz zu überflügen, da ist eine Drachenfeuerwaffe drin. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ähm, ich bin mir so, bin mir gar nicht sicher, ob das nicht eine ist, die wir schon hätten aus dem Mondschein-Lamans ziehen können. Das wäre dann auch wieder nichts Neues. Also, ist wahrscheinlich auch vom letzten Event. Moin, Thoris. Ja, also, hast du schon gehört gerade, was ich gesagt hatte, Thoris? Das war mir schon so klar, eigentlich. Enttäuschend ist das. Also, ich finde, die... Also, dann müssen die jetzt demnächst echt mal was bringen, was neu ist, ne? Ja, klar, gut für die, die es noch nicht gespielt haben, aber... Ja, Thoris, ich wollte schon mal vorspielen. Dann hat man nachher nur Frostmite machen. Mach ich schon mal Sturmschilder am Morgen? Eine tägliche Day, die müssen wir machen mit Fernsehzerstöhnen. Ich habe auch schon geguckt, ob es V-Bugs gibt, aber leider gibt es sie nicht. Nicht zu früh am Morgen. Ich könnte jetzt auch sagen, Thoris, hast du gut geschlafen? Aber der ja eh nie im Mainstream schaut. Habe auch noch gar keine Party aufgemacht, sehe ich gerade. Die silbernen Lammis. Wir könnten auch langsam mal wieder ein super Anhänger-Alarm rausknallen und nicht immer nur die Anhänger-Alarmers. Man wartet jedes Mal drauf und dann kriegt man nur Schrott. Eigentlich ist das... Oder eine gute Sache zumindest. Ich bin nicht verliebt. Ich bin nicht verliebt. Hallo! Ich bin nicht gut! Kleines Lama! Viele Silberner mit dabei. Ich bin mal gespannt, vor allen Dingen, wie viel Gold wir dann nachher übrig haben. Wenn wir alles gekauft haben und wie viel wir jetzt erstmal von Ausgangspositionen müssen, müssen wir jetzt langsam 15.000 haben. Da bin ich mal gespannt. So, sechs hätten wir jetzt noch übrig. Scheiß drauf. Ach, ne. Wir haben da noch einen Lama. Vom Paket wahrscheinlich. Da ist eh nur Krotze drin, wie immer. Da noch einen Moulama. Junior? Junior? Nein. Winterlame. Äh, so. Es geht los. Linke Seite. Wie immer. Nix Neues. Drachenfeuer. Kupferdachemfeuer. Also wir holen uns die... Wir haben die eh schon. Wir holen uns die aus lauter Langeweile. Ach, scheiße. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, wie viel Gold ich hatte. So. Ich hatte... Ja, sag ich doch. 15.000. 800. Warte mal. Da muss ich mal eben ganz kurz... Mal rüber luschern. Die haben wir safe schon, die Kuffer drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die noch nicht haben. Lusch das erstmal kurz. Wird wahrscheinlich eh keine Waffe sein, die ich primär spiele. Obwohl ich damals gerne Schrotfinden gespielt hab. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Naja, wenn dann hat's wenigstens den Vorteil... Guck mal hier. Drachenfeuer. Drachenfeuer. Drachenfeuer, 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 Drachenfeuer. Und Drachenfeuer. Also ab zur Sammlung. Tadim. Tadim. Ohja. 171. Okay. Der Loot ist einfach von dieser Sammlung auch übelst frech, finde ich manchmal. 60.000 Skizzen EP. Ich bitte dich. Bei Level 171. Was soll ich denn damit? Der Holgerchen müsste auch irgendwann mal auf dem Weg sein. Dauert wird morgen eine morgendliche Runde mit Tudi gehen. Ne, Tudi? Hopp. Geh mal raus. Tja. So, wir kaufen alles, weil wir haben eh zu viel Gold. Ich hätte jetzt gedacht, da gäbe es irgendwas bahnbrechend. Letztes Mal hatten wir so einen Held gehabt. Den konnten wir doch noch in die Sammlung packen. Ich glaub zwar, dass wir den auch schon haben. Frechheit für 1000 Gold. Ist das viel zu viel? Reintotisch könnte man aber ausrasten. Ne, wir kaufen erstmal das, was wir benötigen natürlich. Na, da ist der Hund wieder drin. Wenn wir die Tür wieder zu machen, weil mit 7 Grad ist es nicht ganz so warm. Ist es da nicht. Wir kaufen eigentlich völlig unnötig, ey. Also davon mal abgesehen, dass ich wirklich nur die Hälfte brauche von dem Shop. Also leergeräumt für nichts. Ach, Rehung tropfen? Ja, die brauchen wir immer. Die sind gut. Gut diese. Also 5000 sollten wir so ungefähr schon wegballern. Komm ab. Aber reintotisch brauchen wir auch diese, ähm, wie heißen das nochmal? äh, äh, legendäre Kraftquelle, ne epische oder seltene brauchen wir eigentlich sowieso auch gar nicht. So Kufferpulverisierer brauchen wir auch nicht. Kaufen wir! Wir haben auch genug Münzen. Also scheiß drauf. Wir kaufen alles. Guck mal, der war gerade im, im Lama mit drin. Hab ich gesehen. Und das war es schon wieder, ne? Wir haben fast alles gekauft. Moment. Dort gibt es nichts mehr, da haben wir alles gekauft. Das. Ja. Rein damit! Auch alles kaufen! Scheiß drauf! Wir rasten hier heute morgen richtig aus. 1800. Scheiß drauf! Gar kein Problem! Wir knallen rein nach die Hütte! Immer rennen hier, Olga. So. Komm her, Toni. Was willst du denn? Oh, scheiße. Einmal zu wenig Glück. Ich will mal wissen, wie viel wir jetzt so ausgegeben haben. Hä? Sache, Maximum. Was? Alter, wir haben mal ebenso, wir haben mal ebenso 10.000 Gold auszunehmen. Krasse Geschichte. Aber, äh, wir haben ja noch, wir haben ja noch kein Ding. Wir knallen alles auf den Gopp hier. Da. So, und die jetzt im Endeffekt, ah, okay, gut, die können wir zur Sammlung hinzufügen. Das hat einen Vorteil. Aber die Wandpfeile, pfff. Äh, selbst wenn ich jetzt niedrige craften wollen würde, bringt mir diese Skiz an nichts. Also weg damit. So, und dann haben wir die, auch natürlich schon in einer Sammlung, die auch natürlich schon. Also alles löschen. Das bringt uns höchstens Fallenentwurf und Skiz in EP. Okay. Oh, völlig unnötig. Mach dir nix. Kein Problem. So, Überlebende. Also irgendwann ab einem gewissen, ey. Ab einem gewissen Zeitpunkt, ne. Obwohl ich überlege gerade, ob man mal guckt, wann die nicht mal in die Sammlung packen kann, ne. Aber eigentlich glaube ich eher nicht, ne. Na, ist schon alles voll. Jacke wie Hose. Sag mal, ich drück doch. Also im Endeffekt heute morgen wieder die übelste Komplettverarsche, weil, pff. Nichts davon ist nötig. Ist wie im Casino. Wir hauen mal das ganze Gold auf den Kopf. Haben wir ganz schnell wieder gespielt. Also, wer da nicht hinterher kommt. Guck mal, siehst du, die haben wir uns gekauft. Auch nichts. LNP hier. Oh, moin. So. Da es keine Wibax-Mission geht, ich würde sagen, dann gehen wir wieder auf in den Kampf. Pff. Rein tödisch. Kann auch hinterher leveln, weil, pff. Wenn wir jetzt Mission spielen. Wo war er denn nochmal? Der, der den Tora so gerne spielt. Der war doch hier. Blitz AC. Alter, 635.000 Helden EP. Und wir geben die jeden Tag raus, ne. Ist schon krass, alter. Heftig. Ich weiß gar nicht mal, ob wir den sowieso überhaupt spielen, aber. Ein bisschen Regentropfen. Ich werde den auch nicht ganz so hoch machen, weil irgendwann sind die Regentropfen wieder zu wenig einfach. Aber ist nicht schlimm, wir leveln nach und nach. Und gehen die Regentropfen einfach raus, ist nicht schlimm. So, 82 reicht erstmal. Guck mal, den können wir auch mal hochleveln. Kinetische Ladung hat er. Ja, also die, wir können ja auch erstmal alle auf 82 ziehen, auch nicht so das Problem. Am Anfang brauchen die ja nicht ganz so viele Regentropfen. 40 immerhin, ne. 40. Also. Wir werden damit nicht weit kommen, wie immer. Aber aus den Lamas zieht man auch hin und wieder ein paar Regentropfen. Und das summiert sich dann auch. So. Machen wir mal irgendeinen 34er. Ja. Berserker und Headhunter. Zufälligerweise heute in... Frost Night. Ja gut, okay. Ähm. Man könnte natürlich auch sein, dass ich die aus irgendeinem Lama mal irgendwann gezogen habe, ne. Aber für mich ist jetzt Frost Night rein, tut ich komplett verarschen. Basis-Hype im Vorderen, ja, ja. Ja. Wir wissen das doch. Die sieht auch ganz cool aus, ganz fresh mit ihrem Hut. Aber sie sieht immer so bully aus, ne. Als hätte sie viel zu tragen, finde ich. Die Evelyn, finde ich, sieht ähnlich aus wie die Mare. Die sieht aber... Eigentlich sieht die nicht schlecht aus, ne. Das sind Soldaten. Und die Marie ist Ninja, ne. Warte. Guck da. Dick McMarie. Dick McMarie. Dann haben wir Donnerschlag Marie. Und... Ja. So, gucken wir noch mal. Hier haben wir noch ein paar nicht gelevelte. Die wir einfach nach oben gemacht haben. Da können wir noch mal ein paar XP reinstecken. Der Basis-Hype. Keil, meine ich. Ja, moin. Da. Er sieht auch witzig aus, ja. Lin-Haar. Hazard. Und Krawall-Dämmungs-Hazard gibst mich auch heute bei Frost Knight. Was für ein Zufall. Sergeant Winter. Ich komme meinem langsam etwas näher, dass ich bald alle hoch habe. Da sind immer so viele. Haben alle schon mal ein bisschen gelevelt. Ja, sieht echt Panne aus, ne. Der erinnert mich immer ein bisschen an meinen Cousin. Der ist nämlich auch ein bisschen Bansinn. Mh, mh, mh. Mit Koh-Seng. Voll steiger Grizzly, glaube ich, werde ich auch nie spielen. Der ist hässlich, finde ich. Der ist überhaupt gar nicht mein Typ, ne. So. Schaut gut aus, ne. Alle 58. Können wir die bald hoch machen auf 82. Hm. Hm. Wir haben immer noch genug. Übrig. Hm. Also selbst wenn. Wollten wir nicht auf brutal gucken. Nein. Selbst wenn. So. Können wir mal gucken. Nur so aus Jux und Dollerei. Was es hier so gibt. Oh. Legend-Perks. Keine schlechte Mission. Helden-Epi. Helden-Epi. Okay. Also für mich wieder nichts, was reizvoll ist. Insofern starten wir. In irgendeiner Stelle werden wir auch schon Regentropfen bekommen. Das wird schon irgendwann passieren. Lindy Plays. Das ist ein Linja. Könnte ein Sturmschild sein. Aber ist nicht. Okay. Ich sollte ein paar Momente warten. Guck mal, wie viel Glück haben wir heute morgen. Oder Bash. Wenn es eine überlebende Mission ist. Dann spiele ich die natürlich. Dann kann ich auch meine Fernseher vielleicht zerstören. Mein Dailys mal aber da. Das dauert mir schon mal. Das dauert mir zu lange. Okay. Das dauert auch lange, ne? Das auf jeden Fall. Aber ich wette mit dir, die ist auch rausgegangen. Ach ne, okay. Die Geschichte. Trading Box. Alter. Ey. Nicht mal Rinder und schon Trading Box, ne? Ja, ja, ja. Unverschämtheit, echt. Man kennt ihn. Mit Bedacht. Nur mal, ob es die fiesen Lobbys heute gibt oder die guten. Safe. Kein Sturmschild. Die Namen sind manchmal ziemlich lustig. Sergio. Sergio könnte ein Sturmschild haben. Wir fallen wahrscheinlich wieder drauf rein. Ich habe vergessen, aufs Level aufzukommen. Aber Schutzbunker evakuieren? Ach ne, das dauert auch wieder so lange. Sieben Minuten warten, dann wieder bekämpfen. Nein. Auf gar keinen Fall. Heute fahren wir übrigens nach Hamburg. Deswegen streamen wir auch so früh am Morgen. Ähm. Aber eben. Und. Kommen später wieder. Und. Ich freue mich jetzt schon auf ein Big Mac später. Ich bin dran, nicht zu Hause. Ich bin dran, nicht zu Hause. Ich bin dran, nicht zu Hause. Cärchen, sorry. I must leave you alone komm schon ich will noch nicht Mission spielen ich will noch ein bisschen Sturmschilde komm schon alter stell dich nicht so an wir wollen noch ein bisschen kämpfen ich fall auch jedes Mal drauf rein also rein tutsch müsste das jetzt echt Sturmschild sein ja bitte doch ich wollte gerade sagen meine Theorie Prozent ich dachte schon sie hat mich verlassen ehrlich ab geht's in den fight for the right aber ist heftig ne wir haben alter wir mal ebenso 10.000 sonst noch mehr Gold ausgegeben den ganzen Shop gekauft heftig heftig oha was geht hier ab das wird ja mal wieder spannend alter da hat sich doch mal jemand Mühe gegeben oder auch nicht bereite dich auf einen Angriff aus dem der macht da so ein Labyrinth raus heftig wo komme ich denn hier aus okay alter alter was hat er hier gebaut was Sturmschild okay ja moin ich komme hier erstmal nicht raus also also der andere wird bestimmt gleich genauso Probleme haben wie ich und er denkt sich nur okay wenn ihr das schafft hier welche greifen schon an okay alter was ist hier los na bitte Johnny wenn du wenn du hier so ein Chaos machst ich bin ich für mich gar nicht mehr zurecht hier das habe ich noch nicht gesehen das habe ich noch nicht gesehen übelster Shit Übelster Shit auf mich einzubauen Pissern aber ehrlich Übelster Shit Guck mal eher hopst da nur rum da sind doch überall Höhlen drin ne macht ja nix Guck dir den krassen Scheiß mal an hier ich meine okay gut das sind wahrscheinlich nur so Scheiße nur so Einser fallen und so ja ah ne hier ist ja schon episch aber hier nicht auf jeden Fall na aber die Wandkatapulte kann ich mir nicht vorstellen dass die irgendwie hohes Level waren aber ich will da auch nicht wieder reingehen das ist echt übel wie kann man in dem Stummschitz Sohn so ne krassen Labyrinth machen also aber ganz im Ernst das ist ja richtig abartig ja das ist pro player auf jeden Fall er macht richtig Alarm im Darm ey aber ich glaube nicht dass es einer ist der Stummschitz durch der wird noch weiter so übel der wird noch weiter so übel scheiße bauen aber der andere da der kann ich so verstehen warum der sich nicht bewegt ey weil da raus zu kommen ist schon nicht einfach das ist krass ey was man immer wieder so erlebt in den Stummschillen moin Erdbeere save BR spiel du hast das Labyrinth grad nicht gesehen das ist echt übelst krasser Shit was er da gemacht hat wenn du da rein spawnst genau er hat doch den Weg gefunden wenn du da rein spawnst dann musst du erstmal rausfinden da ist nicht so einfach komm mal war der nicht gerade draußen auch ich glaub das ich glaub der will auch gar nicht dass man kämpft oder so weil eben hat er mich eingebaut gehabt wo ich mich dann frage warum er Hilfe anfordern macht aha ok alles klar den Müll gesehen ok trotzdem ist das heftige Shit also er war schon kreativ das muss man sagen mit dem Fallen und so der ist erstmal der letzte Id schon wieder und stellt sich dahin einfach und macht gar nichts ahja krasse Shit ja auf jeden Fall ne seh ich auch so und wir mal ganz kurz nach vorne bümm eine weitere Welle kommt bald bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor ja hier haben wir übrigens die Kekste die ich gestern gebacken habe die hier haben wir übrigens die Kekste die ich gestern gebacken habe ab wie das hier haben wir die die ist die Spaced Cookies? Nein, das war ja von dieser Fertigmischung die Sternchen und so. So habe ich es selbst gemacht. Aber das ist schon der Brüller da. Leute, guckt mal hier. Man muss sagen, es ist wenigstens kreativ. Was wir schon so gesehen haben in dem Base, also wahnsinnig kreativ. Schon heftig, ja. Seid ihr eigentlich schon... Bist du auch schon Erdbeeren mit dem Hoverboard ein bisschen gefahren? Schon witzig, ja. Ey, du Wichser. Oh. Kapper. Ich darf nicht mal so eine Schimpfe da losmachen. In dieser Zeit immer rutscht mir das so raus, versehentlich. Also ich finde, es ist nicht so einfach mit dem Hoverboard zu fahren. Oh. Oh. Ja. Was bringt mir das? Verkackt fast. Was? Üble Rache. Hätte ich noch mehr machen sollen? Wieso hatte ich eben gar nicht verkackt? Sieht so witzig aus. Mies gelaufen? Was? Oh, scheiße. Ich hab gedacht, wir können hochspringen. Das mit X, das war wohl nix. Was sagt denn denn? Mies gelaufen und so. Ach, ich komm da nicht rauf. Nett mich. Ja, ich finde auch, es ist toll, es ist nicht, ne? Es ist irgendwie komisch zu fahren. Wenn man das andere Hoverboard gewohnt ist, dann ist das irgendwie komisch. Also ich finde, es ist rein Spielerei. Also nichts... ...nichts besonderes eigentlich. ...mehr so lustig und so. Und das ist so wie, finde ich, auf... Gut, auf Battle Royale hat es vielleicht noch... ...hätte es noch einen Sinn mit Fortbewegung und so. Aber hier in Rette die Welt. Ja, richtig. Das haben aber die meisten gesagt. Aber pass auf, Erdbeere. Ich würde sagen, schon fast... ...viele damit auch noch kreative Sachen machen. Also jetzt zum Beispiel so eine Kartbahn oder sowas mit dem Hoverboard. Jetzt mal dann irgendwelche Stunts machen muss oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass da manche noch kreativ werden. Glaub ich jetzt so zumindest. Ja, aber es ist bestimmt was anderes mit dem Hoverboard anstatt mit dem Board jetzt. Ich weiß nicht, ob man da... Wer ist denn das? Bestimmt einer von gestern oder sowas, der mir nachjoint. Aber von den letzten Tagen Stummschild. Kein Arschmeck. Achso, warte mal, bevor wir starten. Das ist eh voll. Lobby. Wie ist der Kleine? Alter, der ist im Sturmschild. So was machen wir nicht. Wir löschen den mal wieder, weil sowas geht mir auf den Sack. Wollen wir löschen. Keine Ahnung, das wird bestimmt irgendein dahergelaufener sein aus dem Sturmschild von den letzten Tagen. Achso, du hast er. Ah. Ah, okay. Dann weiß ich, was du meinst. Oh, das hätte ein Stummschild sein können. Ich habe nicht auf die Levels geguckt. Okay. Safe, kein Stummschild. Sollen wir gucken gehen? Doch. Ho. Ich hätte jetzt gedacht, ah ja, stimmt, aber wir sind ja auch auf Plankerton anhand des Levels. Doch, doch, passt. Und die Helden. Lass uns mal überraschen, was jetzt kommt. Wahrscheinlich wieder Null. Und das ist ja auch auf Plankerton. Oh, großartig, du hast einen Freund mitgebracht. Über das Außenposten-Konsolen-Menü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. Okay, hier ist einfach nur Baum wie irgendwas. Hauptsache viel Scheiße. Oh, ich hasse es, wenn die so bauen, ey. Wunderschöner. Hallo. Hä? Ist einfach so tot gegangen, oder was? Der andere Schild schon wieder auf, kai? Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Das ist auf jeden Fall schon wieder so ein Dulli-Spieler, aber ich habe nichts gebaut. Warte. Ich muss gleich gucken, was so schön war. Aus dem Norden? Ich habe jetzt gerade komplett falsch gelaufen. So. Nee. Er checkt schon wieder die Lage überhaupt gar nicht. Junge, man sollte hier oben langlaufen. Guck mal, ich habe sogar Baubereichtung. Okay, sehr schön. Dann können wir das hier mal wegholzen, weil das nervt. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn es einfach alles voll ist, ne? Ist nicht meins. Ja, ne? Die bringen total Müll in den Shop. Die Drachenfeuer, die habe ich schon. Die konnte man auch in den Mondlamas ziehen, glaube ich, ne? Wenn ich sie da nicht sogar gezogen habe. Weiß ich. Keine Ahnung. Ach, Typhos. Typhos. Stream Sniper. Farben die Mitte? Hab 25. Ich kann nicht mehr. Es geht schnell. Nein, also ich habe jetzt gerade im Shop 12k Gold ausgegeben ungefähr oder 11k. Ich habe wirklich alles gekauft. Weil was soll ich denn auch damit? Wenn jetzt... Ist egal, also... Dann wird das sowieso wieder darauf hinauslaufen, dass ich so viel habe. Mich stört das auch, wenn die Welle im Norden kommt, steht da jedes Mal dieser Kackbaum im Weg, ey. Das behindert. Nee, okay, das mache ich nicht. Ich mache nur das weg, was mich stirbt. Also ich finde das doof. Nachher wollen die das nicht. Oder die wollen die Maps selber abfarben. Dann lasse ich sie so, wie sie ist. Ist ja schon nett, dass sie immerhin Bauberechtigung geben. Außerdem, ganz ehrlich, bei meinem Inventar-Moment, was ich habe, äh... Ich bin ein Bier. Sag mal, ich bin doch nicht in der Party. Warum redet Typhus nicht? Oder rede ich? Bin ich gestummt? Ich hatte Pushter Talk eingestellt gestern und habe ich vergessen. Ah, eine Stimme aus dem Nichts. Moin, Typhus. Sag mal, kannst du... Kann ich dir irgendwas verkaufen? Planken. Oh, jetzt. Interessante Zeug habe ich noch nicht gehört. Na, vergiss es. Keine glatten, keine Phasen. Nee, schrauben habe ich auch noch. Ich muss mal langsam ein bisschen... Obwohl, jetzt ist mein Rucksack schon einigermaßen leer wieder. Ich fahre so viel im Moment. Aber es ist jetzt... Aber es ist immer noch on Mars. Nee, tut man schon. Ja, Erdbeere. Ich bin ja auch auf dein Dauersturm-Schild-Session. Ja, genau. Fock drauf. Ja, Erdbeere kannst du auch reinkommen, ne? Es gibt ja auch welche. Wieso Train? Ich gebe euch die ja. Ich will ja noch nicht mal was dafür. Feuchten Kuss auf die Nuss. Würde du Montage sagen. Nein, meine Nüsse sind aus Gold. Da wird keiner Küsschen drauf gemacht. Bilder in meinem Kopf und frönen morgen wieder nicht hingegangen. Ich bin gut drauf. Ich habe heute so... Ich freue mich und fahre nachher nach Hamburg. Mein Lieblingstraum mal wieder meine Wimpern machen. Also Test heute und dann gucken wir, ob es gut läuft. Und wenn es dann gut läuft... Dann geht es wieder los. Ich freue mich schon drauf. Ich finde es ja lustig, dass die 106er Rattera verpackt ist momentan. Ja, ich weiß. Ich habe sie auch, aber nicht jeder hat es, ne? Naja, ich habe sie nämlich auch. Sie hat schon so ein What the Fuck, was ist denn hier los? Am ersten Tag, wo das passiert ist... Also Ali hat sie und Thuras hat sie. Aber zum Beispiel Dennis hat sie nicht. Ich habe sie auch nicht. Ich schwörst du, du hättest damit das Geld des Jahrhunderts auf Ebay machen können. Wetten? Hättest du angepriesen. Gesagt, hier neue Waffe, Intemschaft, die Rattera. Selten, weil die hat nicht jeder. Was ja auch stimmt. Hättest bestimmt die Million mitgenommen. Optik eigentlich gerade mal so schlecht von der Waffe. Ja, finde ich auch. Ich finde, die sieht gut aus. Aber schießen... Schießt halt genauso wie die alte. Ja, bei mir war es nicht so. Aber die anderen haben mir das auch gesagt. Da wäre die... Ja, das ist Erdbeere. Das ist zwar klar, dass du dich damit ankennst als Profi-Trader, ne? Auskennst meine ich. Hier mit... Ich... Typhus! Also okay, du bist ja auch ab und zu so. Aber ich wundere mich immer, was morgens los ist hier online-mäßig. Die haben alle no life, oder was? Leute gucken mein Stream, Leute schreien. Die haben alle nix zu tun. Du bist so interessant, dass morgens nix interessanteres kommt als so du. Am Arsch. Danke. Sonst würden sie ja noch nicht gucken. Ja, danke. Ich verstehe. Ja, die haben eigentlich nix an zu tun. Och, Erdbeere, so will ich gar nicht hören. Du ziehst die armen kleinen Kiddies ab. Hätte ich Bock, irgendwie irgendwelche Leute abzuziehen, hätte ich das mit der Waffe auch gemacht. Dann hätte ich gesagt, zu Ali craft mir mal ein paar Stück und dann wäre gut gewesen. Ja, da grinst er wieder. Nee, finde ich nicht gut. Du weißt, Epic Games ist auch dagegen, dass man sowas macht, ne? Dass dieses Geld im Umlauf und Traden und auf alles auf Money, Honey und so weiter. Ja, aber indem du es anbietest, ist es schon scheiße. Ich finde es auch doof. Dann verlasse ich mal wieder die Gruppe, dass du weitersuchen kannst. Und du kommst dann wieder rein, bestimmt, ne? Mal gucken. Mal gucken. Da war aber schnell wieder weg, da. Hat halt nicht jeder Bock auf Stosche, ne? Ja, aber trotzdem, es ist nicht gut. Vincent, du bist so allein. Bist du allein oder bist du nicht allein? Ja, er ist allein. Ich glaube, ich mache aber wieder mal ganz kurz... Oder ich muss mich... Ich kann mich ja selber nicht stummen. Ich kann ja nur den anderen stummen. Also hören Sie die ganze Zeit, was ich dann über deren Sturmschild sage? Ob das so lustig ist, weiß ich nicht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gehabt, dass irgendwer dann sein Headset angemacht hat und erst mal richtig losgepöbelt hat. Das war witzig. Das kann ich mir vorstellen. Guck mal, direkt wieder drin. Ja, manchmal muss man aber auch pöbeln, so wie es aussieht meistens. Wenn Sie alle nichts Gescheites bauen, ey, dann sorry, aber... Reingeschissen. Ja, wenn Sie Leute unter aller Sau bauen, was würden Sie denn erwarten? Also du kannst es gar nicht vorstellen, was ich schon erlebt habe in den letzten Tagen in den Sturmschilden. Das ist der Wahnsinn. Also erstmal, 90% baut nicht. Sturmschild, neun Plankerton, nichts gebaut. Aber wirklich auch gar nichts. Sogar zum Teil der Verstärker nicht eingebaut. Das ist mal der Oberbrüller. Oder das Sturmschild ist komplett zugebaut ohne Fallen. Einfach nur wahllos durch die Gegend. Guck mal, Sturmschild, acht. Wieder nichts gebaut. Vincent, Mensch, ich bin enttäuscht. Wir haben, ähm... Also an... Drei Spieler kann ich mich erinnern, die einigermaßen gut... Zwei haben richtig gut gebaut mit Fallentunnel. Und einer so lala, aber der hat wenigstens was gebaut. Und das war's. Wir verwechseln doch alle dieses Spiel mit einem Shooter. Das ist ja das Traurige. Naja, man kann ja kämpfen, ist ja auch kein Ding. Aber dann soll man doch nicht so viel Kacka bauen. So wie diese Pyramide hier gerade. Völlig unnölig, ey. Oder in der Mitte, was du da gerade vorhin bei dem anderen Spieler gesehen hattest. Das war ja auch Horror, ey. Gott, Gott, oh. Aber Vincent, kannst du mir gerne ein Follow lassen da auf Twitch, ne? Hm? 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 Das ist manchmal schon beleidigend fürs Auge. Aha! Aha! Wer ist denn da? Wer hat Langeweile? Er wartet bestimmt, bis der Arzt kommt später. Was ist vor allem, was knallt er denn da rum? Komm, ey. Interessant. Tuch und Tuch hast du es nur da, um die Fahrsägen abzugreifen? Hier farmst du automatisch Planken, ne? Jedes Mal. Da, 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 da. Ach, scheiße, jetzt hab ich auch ne Drohne gesetzt. Fuck. Moin, Turas! Ich hab hier auch immer wieder nicht redet. Ja, das tue ich dann. Ich bin dabei. Aber komm schon, Frostneid ist doch komplett verarsche, oder was? Was ist denn die Woche? Ja, also du kriegst ein Held. Äh, entweder Schorsch, den Schorsch, den gibt's ja auch schon seit Ewigkeiten. Krawall, äh, Demo, Hazard, was weiß ich was, hab ich auch schon. Berserkerin, Headhunter. Sie ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir noch, äh, noch einen anderen Held. Auf jeden Fall alle schon mit drin gewesen. So ungefähr. Nix grandioses. Und im Shop gibt's die Drachenfeuerschrotflinte. Ja, wow. Kann man sich auch sowas von sparen. Die war in dem Mondscheinlamas auch drin. Ne, war sie nicht. War sie nicht? Ich bin aber im Kampf, äh, Schrotflinte gewesen. Ja, aber es gibt doch zwei. Ja, aber das kommt nicht vor den Lavas. War so mal. Du musst es damals ja für eine Quest machen. Äh, war sie nicht. Ich muss auf dem Fall, es waren nicht die aus den Lamas. Aha, okay. Ja, nee, dann muss ich die aus den Geburtstagslamas haben, weil da zu dem Zeitpunkt hab ich das Event noch nicht gespielt. Aus dem, klar, dass du schon, äh, als hast du schon, schon seit, ich kann nicht spielst. Ja, eben. Was, um zu bleiben. Hast du einen davon nicht? Wir öffnen vor davon, ja. Ach so, ah, okay. Na gut, ich hab vielleicht auch einige aus den Lamas gezogen, aber für mich ist nichts neu. Ich hab mir viele davon. Ich hab mir die Kleber auf jeden Fall diesen Tochter und schossen. Ja, das ist auch. Ja, guck mal, den hatte ich schon zweimal, ich glaub, den hab ich schon uns beruhigt. Ich werde die Headhunterin nehmen, die Berserkerin da, weil die habe ich safe schon noch nicht im Buch. Ich hörte sie nehmen, weil ich hab sie einmal auf 130 und was soll man nimmt, ist das Buch. Ah, die ist gut, ne? Die Fähigkeiten, was sie hat, gefällt mir. Ja. Jetzt halt dort, wenn du den Power Schlag mal, also diesen hundertsten hier aufs Boden, da werden die ganzen Gegner alle bewegt. Ich glaub, dass ich die Fliegen nicht mehr wettere, sondern die waren alle, dass ich die Fliege nicht mehr bewegt habe. Hast du gut geschlafen, du hast? Oh, ich bin schon seit so einem 7 Wochen. Ich auch, aber ich war ja trotzdem eine Frage. Nicht gut. Das hat mir fast gedacht, du hörst du dich auch an. Hast dich gestern auch wieder toll aufgeregt, ne? Ja. Ich sag, dass du jetzt einfach auch instant ausmachen sollen und dann wäre es dir besser gegangen. Ja, wenn du mir das ganze Schroppdippen willst, das war eh dann auch alles weg, ne? Ja, siehst du? Irgendein anderer Typ hat mir den ganzen Schroppdipp geklaut. Na, tolle Wurst, echt. Wieso bleiben wir piep? Dafür haben wir heute, da muss man nämlich, man muss ja das da so ausblenden, die sich für heute da was man sagt. Ich hab heute mal auch schon weggesagt. Na, aber nicht die Sprache, die ich bringe. Nee, das stimmt. Da muss man schon piep. Ja, aber du bist ja gestern richtig ausgeflippt, also ehrlich. Das ist immer noch gar nichts. Ich hab mir das nicht angetan. Ja, ich weiß, aber ich hätte mir das nicht angetan, freiwillig. Vor allen Dingen jetzt wohl am Ende hast du dich den ganzen Abend aufgeregt für nichts, weil es ja trotzdem gekommen ist, wie es gekommen ist. Also er hat hier immerhin 82er Bohnengriller gebaut. Er hat Bohnengriller. Wahnsinn. Du wirst eh irgendwann mal was aufspielen finden, wo du dich aufregst. Jeder G-Macher hat halt viel. Und auch wenn es ein paar Spieler hat, wo du dich mega aufregst. Ich bin von Grund aus ein... Naja. So entspannter Mensch. Außer einmal im Monat. Außer einmal im Monat. Nee, bei mir kommt das alle drei Monate. Ich lebe alle drei Monate. Das ist dann nicht zerträglicher. Bald kommen die Wechseljahre dann gar nicht mehr. Vielleicht kommen dann wieder auf seine Stimme und ihre Schwungungen. Als Frau. Ja, was können wir dann auch dafür, ne? Wir haben auch die A-Karte. Ich hab nie gesagt, dass ihr da schuldig dran seid. Nee, nee, aber ich wollte nur mal so sagen. Uns ist es, glaube ich, also manchen Frauen, jetzt ich vielleicht nicht unbedingt, mir ist es scheißegal, aber es gibt manchen Frauen, die ist es bestimmt unangenehm. Wo steht ihr denn da und kämpft so zur Hölle? Ich brauch Nahkampfhöhen. Ach, oh, Entschuldigung, ja, dann kämpfe ich. Okay, ist klar, dann setze ich keinen Tandy. Ich brauch Fernseher, aber die kriege ich hier nicht. Ich hab auch solche Piep-Typen, ne? Also, wo warst du unterwegs? In so eine Vierkommission. Achso. Da gab's was Gutes, sag ich mal. Von der Lenskyperks? Nee, ne, ne, ne. Ich hab's ja schon gemacht. Ah, okay. Nee, war ein episch in der Runde, da gestern. Nee, vorhin, vorhin, oder jetzt. Da hab ich ja auch ein Frotterlaubstuhl gemacht. Ja, meine ich doch, Perks. In der 100-Tage gibt's nämlich ne, 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 ich weiß nicht, ob das Datenbeschaffung ist oder so, mit Schnelltiparks. Vier Stück, vierfach, ja. Das wird gut, hört sich gut an, ich glaube, da muss ich noch mal durch, ein paar Mal. Also, ich mach nur alles, was Regentropfen ist, aber sonst. Wo warst du denn da nicht, gestern nicht was gefühlt, wo die es hier vierfach trat auf dem Garten hat? Ja, ich weiß, da hatte ich keinen Lust. Hast ja recht, gestern hätte ich die echt machen sollen, ey. Da hat er sich zu den Tropfen gekriegt. Ja. Ja, ich hätte die zwei, drei Mal spielen müssen. Ja. Hast ja auch recht. Ich hatte gestern trotzdem keine Lust. mein der pool wenn man denn da hat schon nicht so das probleme in der kampf das schlüsselt das stimmt ich habe fast schon 300 zusammen was 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 geht schon 300 mit anderen zusammenspielen was tot ja falls sie hier braucht ich komme weil der gehalt da nichts aus in der kampf das früher sagt aber ich bin dauerhaft was er der jetzt der auch teddy und turm und es war es dann ich bin nur mit dem traum und möte faust ich arbeite ja daran dass ich die einzige bin die diese trophäe hat irgendwer wird sie auch haben dort arbeitet definitiv bestimmt safe auch dran aber ich habe dann jetzt mittlerweile schon eingeholt bin ich der meinung weil ich auch mehr zeit habe als er mich hier und ich hatten uns gestern hat vereinbart wir doch jetzt auch mit den großen spielen wenn derjenige nicht da ist ja weil du gestern auch genervt war es wann hast du noch mal wieder ein bisschen überhaupt gestern auch wachgeblieben ein bisschen schlange knapp mit dem einsatz so ja und weiß wann ich eigentlich habe ich habe ein bisschen geguckt ich weiß noch nicht mal genau die uhrzeit aber ich bin bestimmt halbe stunde oder stunde später bin ich eingeschlafen da bin ich irgendwann mal wieder aufgewacht und habe gedacht ach ja james next top model ist auch zu ende das heißt wir können dann noch mal wieder kommen ja ich nun mal ich gucke das gerne ich gucke jede staffel das ist auch der einzige müll den ich gucke also dschungelcamp gucke ich nicht okay take me out gucke ich noch und das war's also mehr gucke ich nicht ich wollte gerade sagen also ich kann nicht nur mann sein das reich hast du optisch frau will ja sie war ja sie war ja sie war ja sie war ja transgender ja sie war ja vorher mal das ist mal kerl ja auf diesen scheiß zu erzählen die Leute glauben das auch noch oh man so war es die Fotos von damals auf Instagram bei nur die Sex ist noch mit mir der Bart und sowas als wenn Erdbeere da müsstest du eigentlich eine Trophäe kriegen für Frostneight er hat geschrieben er hat in einem Eventbanner noch nicht Kappa ich muss das aber nur noch holen aber ich habe auch gar keinen Bock ach wir machen heute das Frostneight und dann ist gut auf dem Banner scheiße ich sowas mal von komplett ja davon habe ich genug ja echt außerdem mein fortnein Banner den ich hab den halt auch kein Schwein also welches den benutzt ja eigentlich nie jemand das sagen wenige sollte also kämpft jetzt wieder ne ich setz dann ich setz dann noch ein Teddy ich setz dann noch ein Teddy okay gut wie viel Tostos du brauchst du brauchen 80 hat er gesagt 80 viel ne ich bin gleich hat sich ja dann jetzt noch nach dem scheiß ich auch auf dem Banner also Banner ist ne sowas von unwichtig mit meinem Hauptaccounts ist das schon haben aber mit meinem Fanaccount reicht es nur wenn wir noch den Helden machen was ist eigentlich die Wochenaufgabe diesmal hab ich noch mal schon geguckt was für eine Wochenaufgabe was überkommen ist jetzt Frostneight oder was ja ja sprich nicht was das gibt es sondern was so ja ja Moment ja überlege überlebe sechs Wellen in der Frostneight mit herausforderungen von woche 8 billiges bedrohungslevel das steht da steht oder ja ich ich habe auch nur das vorgelesen was äh da stand aber überlebe sechs sechs Wellen ist nicht lang habt ihr eure Kills ich bin fertig ja ok gut ja wir fehlen noch zwei aber die kriege ich noch zusammen ja nein ich wollte nur da eine Drohne setzen bei den Hexen so eine Klappe an 5 Minuten ist noch so knapp Kappa den Schrauben da brauchst du noch Schrauben und mal Schrauben ja dann komm her ich gebe dir welche immer noch und zwei Typen die nur auch nur dass auch kein Stand ne ja das nix neues ich und ein Typ wir haben gebaut und halt noch Verteidiger gesetzt und dann und dann und jetzt gehts los so bind euch ok aber ganz kurz stumm stellen ja Thuras komm doch mal rüber da komm gerade wo ist der wo? hier oben warte die Stimme kann ich mir auch früher mocken wenn bin ich gebt alter ja hab den jetzt auf stumm gestalt ja ich auch noch mehr das war aber mir genau so also ich muss auch sagen wegen solchen Stimmen habe ich auch schon manche Twitch Sessions beendet weil ich mir sie einfach nicht antun konnte ne wieso du kannst auch einfach auf stumm stellen und dann ist gut aber wenn ich bei dir bei zum Beispiel bei Twitch so gucke und du so ein Quiki dabei hast jetzt da geht's so noch draußen aus dem Stream dann bin ich wieder draußen ja weil das kann ich mich antun ja aber das manchmal sind da Jungs dabei die sind ja auch nett und höflich da kannst du ja nichts sagen dann die können ja nichts für ihre Stimme aber ich musste mir dann trotzdem mich antun das stimmt allerdings Feruna Felddusch meinst du ne? zum Beispiel die könnte ich auch was mit dem Ballknäbel nehmen das ist genau so wie die Skifahrerin auch was ist ja da drauf den du hast auf Bär auf diesen Turm auf Nackham also diese diese er ist ähm Widerverwehrter sprich der hat Turm und Teddy dafür zum Beispiel ähm kein Sprung also so wie der wie ist der äh also so ein Hatch auch gehabt xxxx ich spiel grad mit diesen couldn ja die Typen da es hat da ziemlich auch einen Turm die die hier inputs hier Mis Соments hier alle lieb die fliegen wenn die sechsen nur ein bisschen holz noch einsammeln natürlich was gehst du schon da suchen hier muss ich wieder durch zwängen dass über 130 warum das ist ja nicht mal von dort zu bekommen du meinst jetzt aber in der normalen mission meinst du ja in so einer vier requests oder das ok wir hatten ein weg komplett zugemacht also hat er ist gar keiner mehr kommt können und dann kommt es echt von der kompletten seite wieso das war das für eine mission der genungsverteidigen hier da musst du echt warten dass du das siehst von wo die kommen dann hatten wir solche pvp-idioten oder dabei die bauen ja auch welche turmen dann halt auch auf den trof und die bauen dann solche weg wo die gegner hoch könnten ich könnte ein paar seien bauen wo ich gerade nichts zu tun habe heute kommen wir dort wo ich weiß wann er kommt er kann jetzt ein paar minuten kommen oder kommt alles nach um 10 oder habe ich mir fast schon gedacht dass du deswegen online bist und so zockst das ist ja auch enorm lang die welle was musst du dir Erdbeere meinte, dass die Mission ein bisschen verpackt ist. Er hat gesagt, er hatte irgendwie drei Missionen gespielt, jeweils sechs Bots gefunden, also bei Schutzbunker jetzt. Und es gab keinen Glottspot auf der ganzen Map. Da war die zufällig verpackt vielleicht. Obwohl dreimal ist schon verdächtig. Was ist los, Toti? Toti, was ist denn da los? Ich weiß auch nicht, wo Holger bleibt. Das ist eigentlich jetzt die Uhrzeit. Du willst knuddeln. Aber knuddeln geht gar nicht. Du kommst hierher. Komm, komm hier. Du, Toti. Oh, es ist kalt. Kalt? Ich lag die ganze Zeit noch auf der Couch. Ich war hier zugedeckt und sowas. Und wenn ich jetzt rausgehe und mein Fenster ist auf, ist arschkalt. Das, ja, würde ich auch so sagen. Bei mir auch. Ich mach jetzt raus. Warte, ich mach gerade nur schnell die Dinge auf, die ich gerade bekommen habe. Also, ja, das ist fertig. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Was ist das? Hätte ein Sturmschütz sein können? Hätte. Hätte Fahrradkette. Hätte. Safe in ein Sturmschild. Nein! Ich fall da auch jedes Mal drauf rein! Sie? Ich fall da auch jedes Mal drauf rein! Immer wenn ich die Helden sehe. Aber vom Level hätte es auch her gepasst. Ich glaube nicht immer die Theorie. Stähländer Icarus. Gott, wie lange ist das her? Ich glaube, wenn ich Fortnite nochmal von Neuem anfangen würde. Na, hat jemand ein Stummstück gefunden? Du willst nur, dass ich mir doch dein Dings angucke, oder? Ne, das kann ich jetzt nicht machen. Die anderen warten auch. Die wollen auch Sturmschild machen. Erdbeere. Mich interessieren diese Hoverboard-Parcours auch nicht ganz so. Ist zwar manchmal ganz cool, aber ist nicht unbedingt. Nicht so. Oh, noch eine Entdecker. Keine Mission. Äh, kein Stummschild. Wir haben doch keine Zeit. Keine Stummschild. Mal ein Schluck trinken, ne? Ich würde sagen, sogar das könnte eins sein. Diese Heldin ist verflucht, echt. Geh jetzt rein, oder nicht? Fuck you. Das ist ja... Ah! Klappt nicht immer, ne? Obwohl, ich muss auch noch meine Mission machen mit dem Fernseher, ne? Er war nicht bereit auf Blitz. Blitzreiten. Es gab doch so ein Event, wo es Geisterstadt war. Brutal. Da war es auch mit der Karte erkunden. Wo wir... Ja, wisst ihr noch? Mit dem... Kein Wohlstags-Event war das, glaube ich. Mit den Torten. Da hat auch jeder immer... Guck mal, die sind auch sogar rausgegangen. Ähm... Da hat auch jeder immer die... Karte erkundet. Ja, ja, Edbeer, woher du wieder denkst, du. Ferkelino. Ferkelino! Schon so früh am Morgen, du meinst. Wieso? Was hat das mit Freitag zu tun? Party-Olé wieder, oder was? Rum, ähm... Willst du mich verarschen, Mensch? Ah! Du, echt. Du, das ist ne Krönung. Also ehrlich. Wieso? Was ist da los, Turas? Erdbeere wieder. Bei Erdbeere ist immer alles easy, ne? Also bei sechs Wellen müssen sie sich ja schon irgendwas einfallen lassen haben. Aber klar, und jetzt bin ich wieder alleine hier, ey. Jetzt vom Level her müssten wir doch sehen, dass ich, also... Und was passiert denn da? Warte mal, ich muss mal dich wegglicken da sonst. Seh ich das nicht, wenn eine neue kommt. Ja, was heißt, die ist echt einfach. Was ist denn die Herausforderung? Safe, kein Stumschlag. Eine Zusammenstellung bissiger Frostneid herausfordernd in einer, ähm, winterlichen Todesmischung. Oho, okay. Was heißt denn das? Ähm... Das Ding, es sieht man, ob die wieder rausgehen oder nicht. Es könnte ein Stumschlag sein, es könnte aber auch nicht. Ja. Das sind alles Entdecker. Die Frage im Chat. Die zwei Helden sind bekannt für Stumschilde. Könnte auch so sein, aber ist es nicht. Da, 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 da. Du, die, du, die, du, die Maus. Oho, Radar, das dauert auch noch so lange, ey. Ja, wenn ich das sehen würde, Erdbeere, okay. Aber ist ja nicht so. Das konnte mir bisher noch keiner erklären und da gibt es auch keine Funktion für. Was meinst du denn, äh, was meinst du denn jetzt, Erdbeere? Ach so. Ich schreib doch nicht jedes Mal jetzt da in den Chat rein, vor allen Dingen, ob du eine Antwort kriegst oder nicht. Bis dahin ist die Zeit schon vergangen. Nein, er meinte, in-game-Chat. Wenn du in der Lobby bist. Tu was. Ich hab's auch erst nicht verstanden, was er meinte. Er meinte, hier, wenn ich jetzt in die Lobby gehe und dann... Hier ist meine Nase, ja. Safe, nicht. Egal, ich mach auch gleich sonst eine normale Mission, weil ich wieder noch meine... Also, wenn ich kein Sturmschild jetzt finde und dann zufällig rein schaue, dann, äh, mache ich meine Fernseher kaputt. Weil das sind nur Lobbys, die kein... Das ist safe, keine SSV gewesen. Mach ich auch nicht. End of Platin. Da ist ein 84er mit drin. Was, Lügnerin? Ich schreib doch gar nicht in-game-Chat. Ich krieg nur normale Missionen. Guck dir das mal an. Full Lobby ist hier. Alle Ninjas. Also, reintürig. Oh, guck mal, da ist schon wieder so ein Anthony dabei. So ein... Anthony, komm, wir starten jetzt. Reiter auf den Blitz. Fuck yo. Da mach ich die jetzt. Lol. Genau. Lul. Was für ein Ding denn? Mein Ding? Hä? Ich kann euch gar nicht mehr folgen. Wann habe ich das... Habe ich das echt gesagt? Achso, mein Fernseher. Achso. Ich stehe heute Morgen schon wieder auf dem Schlauch. Mensch. Ich mach die TVs kaputt. Sind wir auch noch... Äh... Hier im Wald. Passt ja gut. Ich mach jetzt... Nein. Alle erst mal auf dem Schlauch. Ich mach jetzt das geisteskranke, was ich sonst auch immer mach. Ich fahre jetzt erstmal über die Map. Fahre mein Holz. Bau mein Holz. Bau mein Holz. Nein. Bau doch mal. So, und dann finden wir hier auf jeden Fall keine Fernseher. Ach, egal. Ich farme jetzt mein Holz und dann wird die Mission gestartet. Erstmal natürlich die Karte erkunden, ne? Oma Trude, was? Bestimmt ein, Thoras, und das ist der Mittelfinger. So wie ich dich kenne. Ich beeile mich, ich mache schnell die Mission. Durchfahren, Karte erkunden, Puglo sammeln. Werden wir da mal welches finden? Ach nee, da ist mir zu viel los. Ach, da ist noch ein Überlebender. Ja, natürlich ist der tot. Oh moin. Ich bin schon mal an Meditation gedacht. Gehen ich da hin. Natürlich die Karte, guck mal, das ist schon passiert. Wonderful. Könnte auch mal Glück haben, dass die Globops auch schon mal anfangen vielleicht. Aber er hat schon vier Gluglo. Könnte passieren. Dann wäre sogar noch besser. Dann wäre top. Machen wir unser Holz hier. Geht hier relativ fix. Fix, mix. Also planken werde ich die nächste Zeit echt mehr als genug haben, glaube ich. Ich überlege, mein Inventor auf 4000 zu machen, damit ich eigentlich immer ein bisschen... Oh, stimmt. Fernseher. Da ist sogar noch ein Lama. Aber hier werden wir natürlich nicht viele finden. Oh, die zucht Holger an. Holgerino. Ich bin im Livestream. Holger. Wie ist keiner da? Es ist keiner da. Ich bin im Livestream. Was geht ab, Holger? Es geht ab, dass das ein wundervoller Donnerstag ist. Der wundervollste Donnerstag, den du dir heute erleben wirst. Ja, bestimmt, Holger. Da hast du recht. Das ist so. Und die Frage ist, kannst du Tudi mal fragen, um den zu drängen? To depend. Aber bestimmt, Holger, ja. Ich entscheide mal für sie. Du entscheidest für sie. Okay. Dann holen wir sie gleich ab. Wundervoll, Holger. Dankeschön. Jo. Jo. Ist klar, Jürgen. Das hat ihn ja heute Morgen schon geschickt. So ist ja nicht, ne? Oh, das ist ja nicht. Ja, ich mach's auch nicht ganz kaputt, weil sonst kommt da die Scheiße noch mit raus. Siehst du, und jetzt müssen wir rein, tötisch mal ausrasten mit Stein, ey. Jetzt ist da schon wieder so viel übrig. War's schon wieder? So, jetzt haben wir noch ein bisschen Metal. Ey. Genau, warum so empfindlich? Ups. Ja. 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 So, wundervoll. Können wir jetzt anfangen? Hm. Mit schöner Aussicht und so. Moin. Die Zaubermilch. Hihi. Ja, als Venturas. Such mal lieber Stummschild. Ich habe ja, ich hoffe, dass sie dann auch bestätigen, wenn ich gleich anfange. Ist ja auch immer noch so die Frage. Na toll. Du hast ein SSV und ich nicht. Hm. Hm. So, bitte. Ich will jetzt gleich anfangen, sonst dauert mir das schon wieder zu lange. Wir haben gerade mal einen Fernseher. Na gut. Stimmt, ich habe das Blue Blue ja in den, in den, in den Dings reingebaut. Äh, in den, ach, Überlebenden. Ach, hör auf, irgendwelche Pfeilen da zu bauen. Das hat so gar keinen Sinn. Ja, unmöglich. Hör mal lieber das Flugloch rein und vor allen Dingen sowas von unnötig. Was bauen wir hier an? Alter. Ach, hör doch auf, Collegio. Paulberger, echt. Oh, ich kann starten. Okay. Verteidige den Bus. Genau so. Und nicht anders. Wir rasten aus. Wir rasten aus. Wir rasten aus. So, wir brauchen eigentlich immer noch gleich ein bisschen Blue Blue. So. Ja. Ja, danach können wir dann ja starten. Ich weiß nicht, es ist auch wahrscheinlich schon 11 Uhr. Mit Frost hinein. Die anderen sollen mal eher scheiß Blue 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 breiten. Die anderen sollen wir eher scheiß Blue 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 bring. Er hat es verstanden. Ich sammle schon wieder Müll, echt. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Also pack mal da das Blu-Glow rein jetzt gleich. Ich habe noch keine Zeit. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blu-Glow. Blu-Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Put hier rein, put hier rein, bitte. Put hier rein. Hier, hallo. Hallo, Blu-Glow. Blu-Glow, sonst muss ich eigenes Sohn, bitte. Ja, komm, Baum. Ja, danke. Ich wollte sagen, safe kommen sie von der anderen Seite. Das kennen wir doch. Na, wo kommen denn die Schien-Nullis denn? Ach doch, wieder von da. Ja, müssen wir erstmal ein bisschen was abholzen hier. So geht das nicht. Viel zu viel Gestrüpp hier. Da müssen wir doch mal zufälligerweise alles zubauen, was geht. Jetzt werden sie sich wundern, oh, wann kommen denn jetzt gar keine Höhlen? Das war ich, genau. Ja, klein pupsen. Das machen wir doch alle. Oh, warum? Oh, wow. Da, 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 da. Da, da kommen ein paar Ausbrüchlinge. Oh, da sind wir alle angefangen. Schieß doch nicht so blöd eure Waffen. Völlig unnötig, die Jungens. Auch die Baumeister Pro. Nur noch 30 Sekunden. Bäume haben. Ja, da, 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 da. Ja, ich habe einen Lauf. Nein, habe ich nicht. Ich brauche Fernseher. Hallo, ich drücke doch überspringen. Nein, drücke ich nicht. Also kann man natürlich die Mission auch durchrushen, ne? Um den Baumeister Pro zu kriegen und hier gerade entdecken. Im Wald ist es eigentlich ganz gut. Mal schön Holz farben und dann gleichzeitig bauen. Das mache ich ja zwischendurch mal wieder. Aber ich will auf jeden Fall noch die 280 voll kriegen, glaube ich mal. alles, ne? Ich bin, oh, 13 Regentropfen. Wow. Die können wir, oh, nochmal 10. Mensch, die können wir so irrsinnig gut gebrauchen. Ähm, weiß ich, schon 74 Prozent. 666 am Ende. So, Karte inhüllen, ja. Sind wir nicht mehr von einem Pferd. Aber hier. Da brauchen wir noch zwei Stück. Um die 300 voll zu machen. Die Zauermilch, ja. Ich suchte das ja auch schon jetzt seit Tagen. Ist kein Stumschull, kann ich mir nicht vorstellen. Gehe ich rein jetzt oder nicht? Von wann ist der nochmal? Schon länger her. Ah, ich fall jedes Mal drauf rein. Ich denke mir so, ah, könnte, könnte nicht. Aber Datenbeschauen war ich auf gar keinen Fall. Ne. Dauert es lange. Also, ich spiele jetzt schon. Ich habe heute geguckt. Mein Daily Login ist bei 350, glaube ich, ja. Und, ähm, ich baue ja auch eigentlich relativ viel. Also, das mit dem Baum geht eigentlich. Die richtige Herausforderung liegt mit anderen zusammen spielen, finde ich. Das ist die schwierigste Trophäe und, weil es auch kein Schwein macht. Du brauchst gar nicht so gerne einen Smile Keks. Und, äh, Überlebenden retten. Auch sehr schwierig, weil es 10.000 sind. Äh. Hm. 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 Hm, dann stehst du da noch alleine, weil denen mal wieder quitten. Hm. 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 du das spiel neu angefangen zauber mich oder wie das heißt relativ wandern kein stuch aber wenn man eine waffenskizze hat dann kann man sich auch eine waffe kraft ist ja nicht so schwierig warum kommen wir dann immer in diese eklige datenbeschaffung rein ist furchtbar schon ewig im spiel jetzt erst seit ein zwei tagen richtig ja dann hast du ja auch noch nichts gemacht naja dann braucht man auf niedrigem level braucht man keine längen deren waffen also du kriegst ja schon am anfang waffen dann kann ich dir nur den tipp geben spielsturmschilde fahre ein paar lamas zusammen machen ein bisschen gold auf und kauf den waffen im shop wenn du keine also es gibt zum beispiel jetzt gerade zwei schrubflitten episch sind zwar nicht die deutschen aber es von anfang ist okay und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht auf niedrigen level tudi holger kommt gleich ne da musst du kassi gehen da hab ich dir so schon ich will mir anguckt ne oh ich will noch ein bisschen auf der couch liegen ne tudi und ich will am liebsten noch einen keks dabei essen ja genau das kannst du vergessen ich fall immer wieder auf diesen skin rein ne oh ok gut wenigstens die überlebenden retten dann ähm ah der arzt war da oh das ist auch relativ früh geht ja noch ich mach jetzt die überlebenden retten am besten alleine oder da kommen wieder welche rein wenn die mission schon halb zu ende ist aber wenigstens wenn man alleine die überlebenden retten stirbt auch nicht so schnell jemand ja wir haben alle mal klein angefangen ja kein ding tors das dauert hier auf 20 minuten und ein eine mission muss ich noch machen da bin ich auf 300 dann können wir gerne frau wir haben doch noch man kann ja auch hier gleich meine fernseher machen ich will das lager nicht machen ich werde hier sowieso alleine sein das sei ja es sei denn zum ende schon mal wieder irgendwelche und netten leute rein so blublo ist nicht verkehrt falls dann doch einer stirbt von den überlebenden wir gehen natürlich als erstes am rand lang also eigentlich ist es mir lieb wenn die alle wieder rausgehen habe ich kein problem mit und das nervt natürlich auch dass es übelst immer lägt also aufgepasst keine paranee junge schreie doch nicht so rum wow wird er besser ne doch nicht das sagt nur die frau kaum zu glauben du bist der beste ich weiß danke dafür warte hier ist so ein schutzbungal wo ist denn schon wieder er ich will doch nicht sterben ich will doch nicht sterben hilf mir mal ich will doch nicht sterben dürfen wir doch nicht so viel rumpimmeln sonst schaffen wir das mit dem fernseher natürlich nicht na also müssen wir uns schon ein bisschen beeilen und das läuft jetzt ich kann auch immer wieder raus nur das was nicht das nervt natürlich auch absolut wenn aber ständig welche reinkommen und dann legt das so raf ist vor allem bald auch lost guck wieder schon wieder weg es geht auch fix mensch hier ist noch ja nein turist danke ich gehe heute zu merck ist weißer heute berger 10 euro bürger von euro ich weiß ich bin gut 9 9 fabian ja sicher du könntest dich auch immer nicht verabschieden du haust immer ab und verpiss dich einfach so denkt man immer so jetzt noch da oder nicht ich hasse diese hüllen so was mit der karte gerade ist komplett aufgedeckt das heißt wir gehen jetzt das innere der karte ja kein ding bitte diese leute die join ist doch furchtbar immer noch einige da ist drauf da ist ein fernseher und noch ein überleben wo ist der denn bestimmt auch wieder mutter Alter, wo ist denn der? Oder ist der im Keller? Ach, da tatsächlich. So, Medkit. Ach, ja, ja. Alter, wo ist denn das? Medkit, das ist ja direkt hier um die Ecke. Du, Leute, Nerven sind für dich, hab ich gerade keine Zeit. Das ist aber ein bisschen beeilen hier jetzt langsam. Ach, da. Oh, wie ätzend, das ist hier in dieser Pyramide, scheiß da. Jetzt geht es wieder ins Eingemachte mit diesem blöden Fernseher. Ich glaube, die will ich jetzt auch als erstes machen. 25. Ah, da muss ich immer so ekelhaft nach suchen. Ah, das ist noch einer. Hier noch einmal im Fernseher. Ja, da ist er. Der da ist oben. Ich laufe erst mal gegen die Tür. Ja, mein. Ich bin gerade schon... Ja, habe ich. Na, bitte. So, ich laufe 9. Ich muss mich immer ein bisschen beeilen. Ich kann gerade nicht lesen. Weil Zeit drängt. Ja, mein. Ach, diese blöden Boards. Hier sind Überlebende. Ich habe gerade Fernseher. Ja, habe ich. Oh, wo ist denn da? Ach nee, hör doch auf. Dann das Lager noch daneben an. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Mann, Mann. Der war jetzt irgendwo... Ja. Wo war der? Ach so, nee, den hatten wir noch. Oh, ich dödel. Ecke dödel. Oh, das ist doch im Garten. Habe ich mich erschrocken. Ja, ist es. Sehr schön. 16,25. Komm, da geht noch was. Gehst du mal da rein? Keine Zeit für euch. Das haben wir auch das öfter und bisher immer gehabt. Mein Spawn-Lager ist, versehentlich droppt das jemand und dann ist es futsch. Ich mache es wieder nicht bis zum Ende, weil... Sonst kommt die ganze Scheiße da mit raus. So, du nervst. Natürlich, gleich ein Lager hier noch. Danke. Elf Stück. Schwierig. So, was ist hier los? Fernseher. Ist noch ein Überlebender. Ich habe ein Mad-Kit. Also, wenn ich fertig bin, kann ich immer noch chillen. Kann ich langsam mal wieder mit Holz bauen, ne? Zweifelstück. Läuft. Niesst du dann sterben, die mir wenigstens nicht weg? Ich brauche Hilfe. Wenn ich alleine bin. So, Fernseher ist hier auch noch. Wirklich etwas Hilfe brauchen. Oh, ich hasse diese Hüllen mit diesem... Du bist jetzt reingerannt? Ja. Mit diesen kleinen Viechern da auf dem Kopf. Das ist echt nervig. Ja, Holger, du brauchst nicht klingeln. Holger, ich kann gerade nicht. Was ist jetzt der Fernseher? Doch, keine Zeit. Holger, komm doch rein! Schutzbunker? So, wo waren wir jetzt noch nicht? Da hinten. Wir haben alle Fernseher. Finden wir noch einen Überlebender? Einer muss hier noch sein. Das sind nur Dinge. Milo? Hallo, Milo? Ja, komm mal her! Ja, oh, hallo! Guck mal, guck mal her, der Hund. Hallo, Milo, komm mal her! Guck mal hier. Das ist Milo? Ne? Absoluter Poser. Oh, mal, hallo, Milo, der ist einfach so auf die Couch gesprintet. Ja, Milo, mach mich ruhig dreckig, du bist jetzt in Wolle. Ja, wir hatten eben gerade keine Zeit, Holger. Ich musste gerade mal schnell meine Mission noch fertig machen. Du, das ist aber alles gemacht. Du machst 30 Minuten. Guck mal, du, du, du. Ah, ah, ah. Ein Goldi, du. Ne, Milo? Du bist ein Hübscher. Guck dir das mal an, Holger. Ach, Milo, ist das fein, ne? Hm. Dipp, 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 dipp. Na, den Fötchen magst du es trotzdem nicht. Pft, pft. Aber es geht mittlerweile, ne? Hm. Hm. Aber schon besser. Hm. Hm. Eigentlich müssen wir da vorne ein Foto machen. Warte. Ach, das ist immer so kompliziert hier. Das geht immer nicht schnell. Warte, Milo. Ah, mit diesem iPhone ist... Aber nur, wenn du das bei MMR einstellst. Hm. Ah. Warte. Ich kich's nicht gebacken, hier mal diese Kamera aufzumachen. Warte, Milo. Schieben und drücken. Ja, jetzt hab ich's. Jetzt geht er auch noch. Ah, das ist sowas von fotogenen, Milo. Hm. 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 Ja, das ist immer graziös, ne? Er macht nichts kaputt und gar nichts. Nicht so viel. Nicht so viel? Ja, das schöne... Ich nehme gar nichts davon. Nein, gar auch nicht. Nein. Fabian, also, ich unterbitte mir so einen Kommentar, ne? Das finde ich sehr beleidigend. Holger ist mein Hund, ist er da? So einen hatten wir jetzt aber eigentlich noch, ja. Noch so ein Ding. Ja, ne, der ist um den Kiefer wo... Nee. Wie war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Wo wäre der denn da noch? Ich seh ihn, ne... Oh, ich seh keinen mehr auf der Karte. Hm. Na, dann bauen wir wieder wie ein Geisteskranke. Ist auch nicht so schlimm. Haben wir zwar nur 13. Noch so ein Ding, Augenring, genau. Kannst dich einmal bewerben als Hausklave bei mir, Fabian. Noch zwei Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Jetzt wandern wir mal wieder auf Holz um. Bis später, Holger. Was los, Holger? Ich dödle jetzt noch ein bisschen rum. Man sieht auch hübsch aus, ne, Heuer? Was machst du? Jetzt dödle ich rum, weil ich noch eine Minute elf Zeit habe. Bis die Mission fertig ist. Ich versuche meine Trophäe zu ergatten. Und da musst du viel bauen mit dieser Trophäe. Das ist, das ist so irgendwie... Wie ist es auch, oder? Minecraft? Ja, oder nicht? Nee, nicht wirklich. Da kommt noch auf, wenn das wird wieder. Äh, ich verspüße es. Alles gut, Holger. Jessica, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ja, wir sehen uns ja gleich wieder. Ich hab die... Die decken, die hab ich damals bei, äh, Lidl gekauft. Schon länger her. Bei Lidl haben sie aber immer gute Decken im Angebot. Qualitativ. Aber wie siehst du nicht jetzt? Ich hab die nicht gesiegt, Holger. Du hast gesagt, dass Lidl haben sie immer gute Decken haben. Ja, genau. Das heißt, du hast es schon mitgekriegt, dass ich bei Lidl da die Decken präsentiere. Achso. Nee, das weiß ich nicht. Da bist du raus. Viel Spaß. Tudi, geh mal mit Holger. Nicht hier. Hopp. Geh mal. Wo ist Holger? Ja. Ja, bist du. Jetzt wälzt dich erst mal wieder auf dem Teppich. So. Nee, das ist kein Spaß, Fabian. Wenn du bannen möchtest, geb ich dir gerne. Moin, Breidex. Nein, ich muss nicht arbeiten. Ich bin im Moment noch arbeitslos. Weil ich demnächst... Ach, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich bin befreit, genau. Ja. Von allen Geistern. Ist das toll? Ist das toll? Dann komm, dann kannst du das draußen machen. Macht sie im Moment sowieso nicht. Schlamm, Arsch. Ja, wie im Schlamm. Nix im Schlamm. Ja, es ist so ein bisschen... Das wollte ich dir sagen. Toll. Jetzt mein Hund daher wieder, denke ich. Komm. Hopp, du dich. Geh mal. Komm, süß. Oh, sie hat sogar Bock heute. Hm, mit Holger geht sie gerne. Ich sag's mal wieder. Mit mir nicht, aber mit Holger. Fabian, weil du die Äußerung machst, wo du gar nicht kennst. Also die meisten... Meine Community kennt Holger schon, weil er vor allen Dingen auch schon mit im Stream saß. Holger ist mein sehr, 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 sehr guter... Ah, fast für meinen Opa. Darf ich immer nicht sagen. Ich darf immer nicht Opa sagen. Und dann finde ich das schon sehr... Äußerungen machst, wie es könnte mein Boy sein, ungefähr. Ob du jetzt nun Jeff nimmst, das ist ja nur eine andere Abwandlung von dem, was du sagst, als Boy. Und ich nutze garantiert Holger nicht aus. Ich kann ja nur immer mal willig machen. Ich hab' ihm das angeboten, wenn er die sehen will, weil er sie auch schon seit vier Jahren kennt. Aber es bestimmt keine Stimmenschildverteilung. Weißt du, siehst du? Egal. Dann finde ich doch schon ein bisschen beleidigend. Ihn dann als mein... Boy. Zu bediedeln. Ob du jetzt einen Jeff nimmst oder nicht, das ist scheißegal. So, Joghurt wollte ich auch noch ein bisschen essen. Ah. Hm. Hm. Okay. Hm. Über sowas spaß ich nicht, Fabian. Ähm. Bradix. Ich hab' die normale Playstation Slim letztes Jahr gekauft. Fabian vielleicht lernt es du Holger auch nochmal kennen. Holger ist immer ein bisschen schüchtern im Stream. Der versteht das Spiel sowieso immer nicht. Aber die anderen empfinden es immer witzig, wenn er da ist. Holger sabbelt auch natürlich viel Scheiße am Tag. Aber er ist nicht doof. Absolut nicht. So, Mardi. Wir machen das hier jetzt, ne? Wir machen das fix und schnell. Gleich am besten die Mission starten. Ich will nicht fahren. Keine Panik, Mardi. Du brauchst auch keinen Teddy zu setzen. Das läuft von alleine. Rettet die über... Oh, was? Was hab ich hier noch? Ach, das ist ein Auftragsbeginnstand von Mardi. Hm. Eine Panik, den kriegst du. Das glaubt mir keiner. So, ich werd da mal... Ich hab' einen Blublo. Der Adler suchen. Okay, es sei denn, es läuft mir noch ein Überlebender. Irgendwie ich dann nehm' ich den natürlich mit. Weil wir es müssen. Ich hab' keinen Grund zum... Ja, geil, stimmt. Ja, ich hab' ja gar kein Holz mehr. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bisschen kacke gebaut grad. Echt? Ich bin angegriffen. Was? Ich bin angegriffen. Gar nix. Und was sind wir hier ne überlebende Mission, oder warum kommen hier so viele Hüllen, ey? Was ist denn hier los, ey? Wir sind doch bekämpft für den Sturm, oder nicht? Ja, sind wir. So, gib kann der jetzt. Oh, da bist du ne Holz, alter. Das seh' ich doch nochmal. So, komm, Marty, wir enthüllen jetzt die Karte und fangen direkt an. Lauf, schneller, lauf, schneller, oh, es legt schon wieder, weil jemand reinkommt. Ach, wie das jetzt im Flam. Ach, guck mal, das ist noch die Hälfte der Karte nicht. Ja, warum ich mit dem Hoverboard jetzt nicht fahre? Nee. Ich geh lieber zu Fuß. Schneller. Wenn man irgendwo immer hängen bleibt. Ist doch ein Schiss. Ah, die und ich sind echt alleine, ne? So, der Arme. Ja, warte, ich pack gleich den Laptop auf meinen Schoß, dann kann ich eure Nachricht lesen. Weil das wird mir langsam zu anstrengend hier. Okay, das ist so. Komm, ach, geschafft. Ich höre den doch hier irgendwo. Ach, wie das leckt. Gut, wir haben die Karte. Warum macht er das eigentlich nicht mehr automatisch, ey? Früher war das doch mal so. So, wo ist jetzt der... Danke. Da ist er. Da ist er. Oh, geh weg da. das ist echt speedrun bau doch nicht mal wie so eine behinderte Jessica wo ist die blöde Hexe ja ich muss bald ich muss meine Dings ich muss mir immer ganz kurz einen neuen Tannenbaum herstellen ich mache gleich zwei Stück so ich lese jetzt mal bevor ich weitermache ja ich rede in game wieso ne Erdbeer du bist so ein Schnacker ey ja natürlich nehmen wir dich bei Frost Nightmare du kannst ja auch nix aber Medi kommt schon Medi wir fangen gleich an Medi juckt das sowieso überhaupt gar nicht so das Gefühl ich nervt nur das Gestrup hier wenn der Atlas nicht frei ist das nervt nicht was könnte ich eigentlich auch nebenbei machen wieso in game wird ich schon wieder gefragt weil nicht irgendjemand vollabern will kann auch sein das kann ich dir leider nicht geben ich brauche noch Holz na danke Medi weiß was ich meine hier Medi macht kein Auge Medi ist ein guter Spieler komm Medi Medi komm weil du kein Auge gemacht hast nimm den Rest komm ich packe hier auch noch mal ein bisschen Maler rauf komm Medi gönn dir gönn dir Medi ich bin nicht so Ehrenmann wenn mein Laber nicht klaut ja Medi salam alaikum Medi ich habe übrigens ein syrisches Wort letztens gelernt als arabisches meine ich Hadul wisst ihr was Hadul heißt Hadul heißt Grenze finde ich lustig ah guck mal die Erdbeere ist da die Erdbeere macht auch Auge nee brauche ich nicht Medi alles gut thank you Medi thank you Medi I don't need Medi ist Ehrenmann ne ach scheiße was mach ich denn hier du schaffst das Kommandant das ist mal korrekt der Mitspieler ich rede immer so Fabian das ist nichts Neues ohne Eckzeit Ehre was ist mit dir los warte mal das passt mir so nicht ich kann gerne darüber laufen so unten kommen auch noch weg oder aha den müssen wir dann mal eine Treppe bauen soll die da hochkommen finde ich viel besser aber das ist doch keiner okay Toras kannst du noch reinkommen das Atlas Erdbeere ist auch da Erdbeere braucht unbedingt Sturmschild äh bei Frostneithilfe Kappa ach die Sonne scheint schon das übelste ein wie ich einfach mal das falsche Schwert drin hab da ist es ja es kommt gleich Moment Kinder flor hier miss Engine bis üm sie び ть Was ist los, Medi? Mein Tier, fremd. Oh, das ist eine Kiste. Ach nein, Medi, komm, nimm du die. Ich will die nicht. Medi, hier ist eine Kiste. Chest, Medi. Medi, chest. Komm, Medi. Nimm doch die Chest. Mest. Er markiert erst mal mit Beute. Medi. Komm to the chest. You will need it. Medi. Medi. Medi, komm hier, komm hier, da, da, da. Guck mal hier, Medi, Medi. Nimm die Kiste. Das ist so lustig. Das ist manchmal echt lustig, wenn man, wenn Randy spielt und man korrekte mit dabei hat. Ja, warum schließt er sich jetzt ein? Versteh ich nicht so ganz. Ich hatte Angst gehabt, dass du den Lootkaos wahrscheinlich. Der arme Medi. Na, da haben wir noch ein bisschen was. Also wir haben uns hier schon 77 Maler geschenkt. Aber ich muss mein Müll eh loswerden. Medi ist lustig. Die ganze Kacke hier weggeschweißen. So. Mehr Schwester. Wo ist denn der Hund? Peter hier. Paul. Wo kommen die denn jetzt alle her? So geht das nicht. Oh, der Eppische. Geht nicht. Mach kein Auge, Medi. Ich will nur das Holz. Oh. Oh. Was geht da ab? Ander Seite. Aha. So geht das nicht. Hier ist ja noch ich und mein Holz. Nein. Medi ist weg. Medi ist weg. Hallo. Erdbeer, was klaust du mir mein Holz hier? Medi ist weg. Was ist so? Medi, was hast du geschrieben, Fabian? Muss ich jetzt Google Translate machen? Oh. Toffifee. Aber sowas von Astra in Turas. Held des Tages. Toffifee ist meins. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Oh. Oh. Medi ist weg. Oh, der Arme. Der hat bestimmt Internet-Connection-Fail gehabt. Ey. Sag mal. 30 Sekunden, da kämpfe ich doch nicht. Da baue ich eher. Da bin ich ja. Er war zu lange AFK, aber noch nicht nur ein paar Sekunden war er doch AFK. Fabian, das weiß ich noch nicht so ganz. Echt? Der Arme. Ja, aber vielleicht deswegen, weil er Leitung war. Disconnected oder so. Der Arme, Median. Kurz vor Schluss war es kein Genuss. Achso, okay, deswegen. Aber danach hat er doch nochmal editiert, um es rauszugehen. Das hat ihn nicht verstanden. Hallo. Genau, hallo. Guten Tag. Das Krebs, also der Pfarrerfobischen für Hilfe. Weißes Frau. Das hat er gerade gesagt, im Stimmen. Ja, ja. Achso. Kerillisch ist das ja, ne? Wenn es ein Schlimmes gewesen wäre, was er stand, dann hätte ich das Schlimmstier weggemacht. Siehst du, mein Pitbull steht hinter mir. Ja, wollen wir jetzt noch warten oder wollen wir schon anfangen? Weil Waffel kommt ja um elf eigentlich erst. Hatten wir so abgemacht, ne? Ich dachte, er braucht gerade noch ein bisschen hier im Tier Hilfe bei der SV. Wer denn? Falls du jetzt Erdbeere meinst, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Erdbeere kennst du doch. Das ist doch der größte Abzocker überhaupt im Spiel. Ja, aber du hast es gefahren. Du hast gerade eben schon gesagt. Du musst mir so... Ey! Ey! Ich höre mich selber, ey. Ja, also Erdbeere brauchst du Hilfe bei der... Bei Frost war ich so schlecht. Ja, du bist so ein Spinner. Als wenn, ey. Goldmaus ist auch da. Machen wir ihm ganz kurz im Bad. Was wird denn da so gelacht, nur weil ich sage, ich stehe im Bad. Du weißt ja nicht, was ich mache im Bad. Schmink gut. Ja, genau. Ich habe mir erst mal gleich schwarz auf Augen geklatscht. Und dann... Ja, moin Goldmaus. Ich mache noch eine Brille. Und dann habe ich noch mal hier, also Frühstück. Ja, also was machen wir jetzt? Halbe Stunde warten oder nicht? Ich muss immer noch stoppen. Ich muss immer noch mal mit meiner kleinen, noch mal spielen, dann später. Ja, ja. Und wie oft musst du denn jetzt? Ja, viermal mit dem großen Hals für die Helden und für das Bild. Und mit meiner kleinen Account-Pausse nur einmal machen für den Helden. Das Bild ist mir scheißegal bei den Kleinen. Ja, dann spiele ich jetzt einmal mit dem Kleinen. Und da Waffeln sowieso niedrig ist, vorm Dings. Können wir doch nachher mit Waffeln mit dem kleinen Account spielen. Ja, nicht. Aber doch. Da muss ich jetzt noch kurz mal da warten. Ja. Ich bin ja nicht so. Ich warte. Ich gucke jetzt noch mal mein... Goldmaus will vielleicht auch mal mitspielen, ne? Goldmaus, was ist jetzt los? Frostnade? Ich bin eigentlich die Einzige, die es nicht braucht. 30 Prozent. Yay. 700 Stück brauche ich noch. Da kannst du deine Strukturen auch verbauen, Frostnade. Das habe ich so gemacht. Was für eine Strukturen? Naja, hier mit den 500.000 Strukturpunkten. Du baust da ständig auf der Karte, auf den Karten. Ich gehe mal davon aus, dass du das noch nicht hast. Du hast das bestimmt, ne? Ja. Ja, so oft wie du Frostnade... Ja, aber ich bin ja nicht mehr weit entfernt. Das ist eigentlich nur so nebenbei rumgedödel. Achso. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Überlebenden retten mache, dann starte ich nur Mission mit Überlebenden retten, baue ein bisschen, weil ich bin bei 75 Prozent, und erforsche die Karte. Also das sind drei Trophäen in einer Mission quasi, die man machen kann. Das kommt alles später. Mit anderen zusammenspielen ist eigentlich viel schlimmer. Ja, das ist freutig. Da gebe ich dir recht. So, wenn jetzt SSVs wieder suchst, gehe ich raus und join dann wieder nach. Nee, nee. Wir warten jetzt auf Turas, dass er mit seinem kleinen Affront kommt. Okay, bis später, Fabian. Ich werde aber erst heute Abend dann da sein wieder. Ich bin nachher Hamburg unterwegs. Oh. Mhm. Sehr nice. Ja, ich muss ja auch mal meine Kutsche wieder ausfahren, ne? Ich müsste meine mal anmelden. Nee. Ja, ich muss mein Auto schon mal ein bisschen bewegen, ne? Und na, aber das Wetter ist noch zu schlecht zum Anmelden. Ich muss mal langsam mir schon mal Gedanken machen, wie ich mir Sommerreifen kaufe. Die ist das ganze Jahr drauf, deswegen fahre ich im Winter nicht. Ach so. Die Geschichte. Na, ich habe niegelnagelneue Kleber drauf, also fast nagelneu. Und die haben noch echt gutes Profil. Und wenn ich damit anfange, jetzt ist es schon grenzwertig bei 9 Grad. Ich mag es eigentlich nicht so. Wenn es wärmer wird, dann gleich runter damit. Danke, dir auch. Beim Helfen. Und ich habe so einen Typi, da muss ich aber hinfahren erst wieder. Der ist in Kiel. Der hat... Alle sagen immer, bist du bescheuert? Warum fährst du denn nach Kiel? Aber der hat einfach... Für den würde ich auch Fährung machen. Also der hat einfach ein Lager von x-tausenden von Reifen, Felgen und so weiter. Und du kannst dir da quasi... Echt, du hast da jemanden, wo du günstig an Reifen rankommst? Der macht das auch über Ebay, shopmäßig. Der macht das ja gewerblich. Und du kannst da quasi die Felge zusammenstellen, kombinierbar mit dem Reifen und so. Und alles wirklich zu Sportpreisen. Also so günstig habe ich es bisher noch nirgendwo gesehen. Na, ich brauche bloß die Gummis. Mehr brauche ich nicht. Ja, kriegst du bei ihm absolut gleich. Ich brauche im Sommer vier Sätze Reifen im Schnitt. Ich weiß nicht, wo ich Visitenkarte habe, müsste ich in meinem Portemonnaie... Im Sommerreifen, ja, die müssten bei mir dann ja auch passen. Vielleicht, Fabian. Golf 5. Achso, er hat noch AMG-Reifen. Ich fahre Semis Licks. Auf jeden Fall, ich will mal ganz kurz erzählen. Ich hatte ja ein Video darüber gemacht, wie ich meine Felgen lackiert habe. Und ich habe dezent Felgen gekauft bei ihm. Ich glaube, 16 Zoll war das für mich da mit den Kleberreifen und allem. Und ich habe bezahlt 250 Euro. Und die Reifen, wie gesagt, fast neu. Mit Profi und allem. Gutachten und alles. So ein 250 Euro kannst du nichts sagen. Also die Felgen, wie gesagt, 1A, vielleicht war da eine... 1, 2 Macken waren da drin. So aber minimale. Die siehst du jetzt beim Lackieren sowieso nicht mehr. Und das ist für mich... So günst... Wenn du wirklich ausschaust für einen Golf 5 GTI, findest du keine Reifen, die so günstig sind. Und da geht alles so ab 300, 500 Euro los. Also eher ab 500. 300 wäre schon zu wenig. So, wer spielt jetzt noch mit? Goldmaus? Du, Goldmaus hat keinen Bock. Die drückt sich. Ich guck mal ganz kurz, wer online ist. Duras ist ja drin. Was? Mach doch noch mal. Oh, Ducky ist. Ducky ist online. Ducky ist aber level 122. Ducky spricht auch nicht, das wäre das Problem. Soll ich ihm einladen? Das ist raus, er hat ein. Solange er seine Arbeit sehr gut macht. Er hört uns ja. Ducky war schon lange nicht mehr da. Akuma? Ducky kommt sofort. Hallo, Ducky! Ja, ist die Frage. Ducky, hast du Lust auf Frost Knight? Einmal wissen wir ja, zweimal wissen wir nein. Ja, genau. Ach so, warte mal, was mache ich denn dann jetzt? Nö, Erdbeere. Du bist an der Base, ne? Ich lebe nur so. Ach so, okay. Dann bin ich mit Erdbeeren an der Base. Warte mal, dann nehme ich einen Konstrukteur. Wenn Ducky Lust hast. Ihr werdet gleich merken, wie einfach das ist. Das sind nur Killwellen, mehr ist es nicht. Sechs Killwellen insgesamt waren das schon gewesen. Ja, trotzdem. Immer 40 Killwellen. Er macht das. Ducky, wenn du Lust hast, mitzumachen, bleib drin. Wenn nicht, dann geh raus. Er hat doch gerade in uns schon hier das Kusimia. Ah, okay. Er hat schon Heiova geschrieben. Okay. Das ist so sogar bei dir. Das ist nicht in deinem kleinen... Ich sehe es. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber ich muss erst mal gucken. Mensch, ich bin noch nicht so schnell. Moment. Wo ist Namurai? Mein Freund Namurai. Ja, geht dann von Österreich oder so. Die Sachen form. Die Mats. Na dann Ducky, oder? Oder Ducky willst du bauen? Ich gehe schon. Ich gehe schon formen. Ja, warten jetzt nur. Ich komme noch zwei Minuten mit 2000 Steinen wieder, dann kannst du losbauen. Wieso? Ich will gar nicht so viel bauen eigentlich. Eigentlich würde ich lieber farm gehen. Aber ich nehme jetzt... Ich nehme jetzt... Ja, dann... Dann muss ich wieder um. Aber wenn er halt ja Ducky formen will, hat noch nicht noch ein... Ja, Ducky. Erzähl mal, farm oder? Bauen. Ja, dann baue ich nebenbei. Ja, ich komme ruhig nur um Fluglob, ich meine nicht. Farm, jetzt ist immer klar. Ja, scheiße, dann ist... Ich habe ich die Arschkarte mit dem Bauen heute. Ach. Ich baue. Ja, aber ich baue mit. Okay, aber ich nehme keinen Konstruktor. Ja, ich schon. Finde ich besser. Was für Gegnerstufe haben wir jetzt? 40, 50? Kleiner auf jeden Fall. Easy. Ja, da kann ich ja nie mehr spielen. Das ist ja easy. Drachenschlag und durch und zu. Moin, Don. Verdient. Ach so, Goldmaus, okay. Er legt sich heute mit dem Bot an. Ja, dann Goldmaus, dann trink mal schön deinen Kaffee, genieß ihn. Ja, guck mal, als wenn Don das riecht, dass Frostneil gerade startet, ne? Schon boof ist er da. Ganz halt kein Frostneil gemacht, aber... Und wo geht's als erstes hin? Freitag in KitKat Club, oder? Ne, da geht's zum Schluss hin. Gibt's den überhaupt noch? Er weiß genau, wie war er natürlich. Ja, den gibt's noch. Beste Laden überhaupt. Ich war da noch nie so... Wenn ich mal in Berlin bin. Angenehmsten Leute, äh, angenehmsten Leute überhaupt. Mit denen kannst du wenigstens feiern und quatschen und Spaß haben. Das kann ich mir vorstellen, ja. Mit so einem abgehobenen Spinner und so. Ja. Ich hab lieber, ich hab gerne mit Leuten zu tun, die so Homos oder Lesben sind, das passt schon. Die sind wenigstens korrekt zu dir und nicht so ne Wichser. Äh, würde ich auch mal hin unbedingt, aber ich war noch nicht, ne. Gab immer keine Möglichkeit, wo ich in Berlin war. Du musst hier piepen. Ist eigentlich nicht ein familienfreundliches Film. Achso, piep, 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 piep. Was hat er gesagt? Gehitt gar, ich hab's gesagt. Das Mensch. Achso, und ich mach meine Hütte als erstes weg, ne, weil die stört mich jedes Mal. Ich mag die Hütte nicht. Boah, ist das klar, wer noch mit drin ist? Drei Kills gemacht auf Anhieb? Nein. Oh, fail. Weil wenn die Chessie dann... Boah, es rutscht das auch wieder an, das ist geil. Och nein. Nein. Ich find das gar nicht geil, ey. Wenn das so Spaß macht, ob da mal ein bisschen rutschen. Ne, find ich überhaupt nicht. Weil die, die ganzen, die keine Ahnung hatten, sowas. Ja, aber... Das ist trotzdem nicht lustig. Weil wenn ich es auch mal mal, ich muss, wie man anfängt, muss man eben schon mehr aufpassen, was man sagen tut. Ja, aber das ist dauernd. Ja, das stimmt wirklich allerdings. Da muss man so viel piepen immer. Ne, ich würde sagen, da spielt dann einfach gar keiner mehr mit, weil keiner wirklich drauf achtet, auf das, was er sagt. Ja, ich schon. Du, ja, Tora, du bist die absolute Ausnahme. Ne, das wird gesagt schon mal, piep, ne? Damit ich ja nicht... Stimmt, da können wir uns schon mal dran gewöhnen, aber ich habe heute auch schon das W-Wort gesagt, leider. Also, ich versuche schon so etwas anzuhalten. So, gesagt, noch piep. Ja, beleidigt ist ein Köln, außer wenn jemand was gegen Pieps hat, also gegen das Wort. Gegen Tweety's, ne? Die süßen Tweety's. Aber vielleicht gilt ja noch für den Blu-Gloform, es ist viel, viel, äh, am schlimmsten, wir würden Blu-Gloform. Ja, das wäre den einfachsten Job, ey. Ja, ja, aber letztes Mal vor der Aufregung von Blu-Gloform so anstrengend. Ja, Moment, das war ja auch ein bisschen was anderes, ne? Mit dem, ähm, doch, doch, wo der Haltstoff, das ist immer wunderbar und so. Ne, also, da alles aktiv, also die ganzen, die sind, ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, solange das die erste Welle nur ist mit diesem Rutschen, geht's ja noch. Ne, sind alle Wellen. Was geht das zum Schluss? Ach, die Scheiße, oh. Was haben wir jetzt auch mal an? Was ist das Wort? Ne, ist das nicht nur. Doch, war, glaube ich, auch gewesen. Und sind eigentlich schon alle kaputt gegangen. Ich meine, der hier, das Symbol, was ich hatte, da oben klingt. Das Rote, was hat das von Symbol nochmal? Äh, weiß ich auch nicht. Mit einem Ausrufezeichen. Ja, ja, Ausrufezeichen und Dings. Da ist die Gegner, bisschen Gruppe, aggressiv. Rauchfände, oder was war das? Rasen nach Tod. Rasen nach Tod, genau. Das könnte Rasen nach Tod sein. Oh, 33. Ja, das ist gar nichts. Oh, jetzt wird auch angezeigt, zuerst, aber es hat einen Krampus gefunden, ah, noch. Wurde schon dauerhaft angezeigt. Ja, habe ich noch nie gesehen. Ich fahre aber erstmal auch für mich übergesagt, damit ich auch mich sparen kann. Ja. Weil ich brauche ja unbedingt eine Gäuze. Das ist das Fenster. Das kommt drauf an. Wenn das mit diesem Heizbrenner noch kommt, wenn da alle Sachen aktiv werden, bei der nächsten Welle oder sowas, dann ist A-Karte. Dann ist richtig nervig. Ich wollte gerade auf die Katastrophen pflücken, aber geht dann nur noch mal. Ach, das geht auch nicht, okay. Ich wollte gerade hoch mit dem Klu-Klu. Aber das ist ja auch dieses Mal wird aktiv. Komm ich gerade so zurück, genau was fallen. Siehst du? Sag ich doch. Wenn alles aktiv ist, dann auch der Scheiß. Wo ist der Kristall da oben? Oh, hier sind gerade ein bisschen viele, ne? Was denn das? Keiner ist da. Ah. Ich muss mal zurückkommen, ich hoffe, dass sonst nicht mehr. Jetzt weißt du, was ich meine, Taurus. Ja, warum? Ich habe mir einfach klug, als du gefahren hattest den Tag. Ja, ja. Was aber jetzt? Ich habe schon ein Stück. So, ich will den Ballon da. Die kommen ja wieder von hier drüben. Ja. Du hast kein Blu-Glow mehr. Wir geben dich auf die Suche. Problem, aber ich habe alles, was ich brauche für meine, für meine Kampferverfahren, 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 für meine Kampferverfahren. Wenn ich auch nicht, ich wollte gerade hochgehen. Warte. Ich wollte gerade auch mit Hopen und da gegen die Kampferverfahren, weil ich gerade sogar den Puku gehabt habe. Ja, doch da. Ich muss hier mal gucken, was hier so aufgeht mit dem Bauern. Ich muss hier erstmal gucken. Der Sturm wird definitiv wütend. Pass auf. Ich habe keinen Blu-Glow. Ah, hier hast du zugebaut. Okay. Ey. Der Heizbrenner wurde repariert und brennt wieder. Ah. Der Kampfer steckt voller Blu-Glow. 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 Wir haben ein paar Vorräte für dich abgeworfen. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Das Blue Glow hat das Feuer genäht. Du brauchst mehr Blue Glow. Kann ich überhaupt schon Fallen herstellen, ne? Natürlich nicht. Ach, sehr schön. Dagi, sehr schön. Ich nehme das Blue Glow. Dagi hat mir auch ein bisschen Blue Glow gebracht. Dann kann ich auch was rein tun, da wir da gehen. Ich kann trotzdem nichts bauen. Ich glaube, wir haben uns im Fluchtoe jetzt. Das reicht erstmal ein bisschen. Das reicht. Doch, ich kann doch nicht fluchen. Wo kommen die von da? Okay. Ich glaube, wir rasten hier schon wieder komplett aus. Na, moin. Das geht erstmal aus. Das ist schön. Ach, Dagi ist zu Hause, weil er seit Montag krank ist. Was hast du denn, Dagi? Erkältung, oder? Was siehst du, aber spürt? Knapp zehn Minuten später. Ja, sorry. Ich war gerade konzentriert. Bei Frostneid ist immer Konzentration. Überkreis und so. Ah, okay. Achso, Krippe. Und Lick ist er. Ihn auch noch. Schwindlig. Ich bin Lick? Schwindlig. Schwindlig. Wir haben mir das Farmzeug klaut. Oh, toll. Ich versuche gerade irgendwie eine Waffe zu bauen. Ich kann ja auch eine bauen. Was willst du denn haben? Eine Nackarmwaffe. Eine schöne, gute, gute Sensor. Ja, nee, danke. Waffen nützt mir nix. Wenn man ihn ja. Wir haben Welle 4. Also eigentlich ist doch total... Hätten wir hier überhaupt was bauen müssen? Nee, eigentlich nicht. Nur den Brenner einbauen. RPGs, also Raketenwerfer. Das haben wir von Ostern gemacht. Völlig recht. Ja. Es steht ja immer da, was zu töten sollst. Ich muss die Todes auch gerade dann... Dagi, alles gut, brauchst nichts mehr machen. Das ist... Dagi, willst du eine Waffe? Irgendwie ist das eine andere, aber auch wenn ich frage. So, ne? Jetzt hat er sich auch schon eine gebaut. Und die ist doch eine Bazooka, wenn jemand will. Wer macht wieder diesen... Ich bin gegen diese Gewalt. Die sind jetzt richtig auf Abriss auftreten. Ja. Auf jeden. Vor allem die Hexen. Ja, die sind sowieso nach dem Abbild sehr stark geworden. Ja. Haben wir schon festgestellt. Teilweise zu stark. Und die übertrieben oft in den Missionen in letzter Zeit. Jo. Haben wir gemerkt, oh, was ist denn jetzt los? Weil wir die Pendleton-Verteidigung gemacht haben. Hä? Was ist denn jetzt los? Sag, du's mir. Oh, dann komm ich wieder. Tiltet schon wieder. So, mach ein Gegner. Dann können wir jetzt ja einer, das ist ja mehr als easy, äh. Hab ich da gesagt, ah. Und hier weiß man nicht, ob da so eine kleine Ironie dabei ist. Äh, nee, das ist wirklich Pupen einfach. Das ist echt easy. Suche nach Blue-Glo, du hast alle Vorräte verbraucht. Oder weißt du schon nach, nein, nochmal den Account. Mhm. Ja, weißt du schon nachzumachen, hier jetzt. Account. Als wenn. Ja, kann ja. Doch, ich hab zwei Accounts. Ja, aber hier bei Whatnot. In England? In England? Was machst du denn in England? Äh, ja. Ich sagst du, doch, du hast heute mal erzählt, glaube ich, dass du drei Accounts hast. Ich hab noch einen Account auf dem PC, wo ich hin und wieder mal Battle Royale spiele. Ah ja, die Geschichte. Aber warte mal, ne? Rein tödisch kann ich doch bauen bis zur Vergasung jetzt. Ja, kannst du eine Strukturpunkte machen. Was für Strukturpunkte? Naja, hier die 500.000. Genau. Baumeister Pro meinte. Ja. Jetzt rassen alle aus, keiner kämpft mehr. Ich hab's ja Glück gehabt, sonst hast du es hinter der Wand gewissen. Ja, tu was. Ich hab irgendwie gesagt, viele Materialien, obwohl ich nicht mal Sachen geformt hab. Ja, ich auch. Komischerweise. Da müssen wir mal kurz rüber bauen. Und jetzt erst mal die Bälle 5, na, glaube ich. Ja, Bälle 5. Das war die Bälle 6. Dachte ich auch gerade. Na, dann muss ich nochmal runterkommen. Die Kürchen geworden ist, ich glaube, ne? Die wir dritten müssen. Wie bitte? Ne, das war schon. Kürchen und Tieren waren wir zweiten Wände. Weil gerade kommen gerade so viele, weil ihr weiß, es kommen gerade so viele Kürchen wie bei mir. Nur, da kommen nur seit ich Gegner gerade. Gut, wenn du ohne Ende. Ja. Der Rutsch macht echt schon Spaß. Ach, so easy. So ekelhaft easy. Dieses andere easy. Ekelhaft. Naja, ekelhaft easy. Nickelhaft. Nickelhaft, was? Das Wort kenne ich nicht. Nickelhaft. Vorher gesagt es nur nickelhaft. Das ist schon wieder so ein Peepwort, ne? Turas, das dürftest du jetzt nicht immer streamen waren. Sagen. Ich hab... Ne, das hast du gerade gesagt. Hast du einen Grund, warum ich nicht mit euch spielen würde? Dann. Und er sagt, er sagt, was nicht. Naja. Danke. Ich hab schon von mir gesehen. Er kann erst mal die Farbe verraten und so gesehen. Ich kann mir trotzdem keine Waffe verraten. Das ist doch scheißegal. Der Drachenschlag reicht hier vollkommen aus bei den. Kann dir auch gerne Waffen bauen. Ne, ne. Das ist ein Waffen. Du kannst ja gerne in deinen Streams sagen, aber bei mir nicht. Das sind diese Prognose Schoko. Ja, da musst du Schoko-Küsse sagen und nicht, ne? Das andere Wort. Das ist ein Worte. Das ist ein Worte. Du meinst. Ich finde das nicht lustig. Das machst du ja eine Vollaufübung. Ne, das hat noch keiner irgendwie das Wort N in meinem Stream gesagt. Nur du, Tuas. Finde ich nicht lustig. Das muss nicht sein. Hat jemand eine aktive Energiezelle für mich? Ja, bestimmt. Warte. Ne, hab ich nicht. Aber das noch ein Ballon. Aber das noch ein Ballon auf... Da bin ich jetzt so faul dafür. Osten. Ne, das ist Osten. Ja, ich glaub schon. Der Sturm wird definitiv öffnet. Keine Baumaterial mehr. Oha. Oh, Schweber? Eieiei, deswegen. Das muss ich so fünf zu schweber töten. Das waren schon zwei. Oha. Also, ich muss das Wort, das kann man sagen, weil ich habe auch einen Freund. Und da gibt es nichts dagegen. Tja, aber es geht um die Allgemeinheit hier auf Twitch. Und nicht um deinen Freund. Twitch ist da sehr komisch was. Genau. Die meisten sind sogar gut. Man kann es halt nur mal halt, wenn man Freunde hat, sie hat sie sind. Also eigentlich würde ich jetzt danach gehen, ne? Wo du immer meckerst, dass Anne sich daneben benehmen dürftest du jetzt eigentlich gar nicht mehr mitspielen. Ich müsste dich jetzt echt bannen für den Scheiß. Mach doch. Wenn du dich so lange auf dem Recken willst, dann tue ich mich halt bannen. Ne, ist so. Würde ich das in deinem Stream machen? Nein. So ein N-Board würde ich nicht sagen. Das ist schon hart. Da musst du mich halt bannen. Oh, das ist ja jetzt ich. Fertig. Das war's schon? Ja. So, fertig. Warum die Mission nicht auch fährt nach einer halben Nachwelle 6, dann muss man noch weitergehen. Ja, ne? Totaler Blödsinn. Ne, ja gut. Es gibt einige Leute, die wollen die Mission vielleicht noch weiter spielen, ne? So wie du. Du bist ja auch so ein... Unbedingt. Ich muss frosten als Spieler spielen. Zwei Stunden. Nen lang. Naja. Geht weiter am Wochenende. Da sind noch ein paar, die das machen wollen. Haben wollen. Was auch immer. Ach, praktikum in Engel. Was für ein Praktikum machst du, Dagi? Frostneit. Okay. Ekelhaft. Ist keiner nach unten gegangen? Gab's ja kein Tresor. Doch, es geht mit Tresor. Aber klein nur. Das hat sich hier gar nicht genutzt. Ah, okay, Dagi. Wie lange bleibst du jetzt? Aber du kannst ja wohl Englisch, oder? Sonst wäre ja doof, wenn du mit deinem Arzt sprichst und kannst kein Englisch. Dasselir. So. Okay. 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 Halt auf die Wände auf! Der Sturm wird wieder stärker! Google Translate, Dagi! Ja, schwierig, das stimmt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist die Hexenwelle. Der Sternenhimmel wieder. Tutti ist wieder da. Warte Dagi, ich bin jetzt gleich. Tutti. Danke Holger. Achso, dein Stativ liegt hier noch. Kannst du noch mitnehmen? Was hast du gesagt? Dein Stativ liegt hier rum? Ja. Ist das so gesagt? Nein, habe ich es nicht. Warum nicht? Ja. Nimmst du es mit, oder? Nimmst du es mit? Ja, wohl. Ja, sonst hätte ich dir das rumgefahren oder so. Ja, ich habe sogar den Noopsi da drauf gefackt. Und war das erfolgreich? Ja, bis auf die Internetleitung war alles erfolgreich gestern. Bis auf das? Die Internetleitung, die im Moment schlecht bei mir ist. Kann ich leider nichts gegen tun. Ich weiß nicht, wie sie bei mir ist, aber es wird auch nicht besser sein. Die Sturmmessungen besagen, dass es gleich noch viel schlimmer wird. Nimmst du vor? Dünn, dünn, dünn. Dann gib mal da hin. Dünn, dünn, dünn. Das ist ein Messer. Danke, Holger. Du, die hat sich gefreut heute. Holger. Ausnahm das Basier. Tschüss Holger, danke. So, Dagi. Wie viele das sind? Es hätten sie mal lieber hinterher machen sollen, dass man die Welle noch überleben muss. Das wäre schwieriger geworden. Das stimmt allerdings. Obwohl Schweber auch schon nicht ohne ist. Aber es ist ja noch machbar, wenn man ein paar Deckengas fallen baut und so. Das ist sowas von easy. Wie sie alle kleinen Eisklötze anhaben. Die Pantoffelhelden. Na, Tudi, war toll. Dagi, das würde ich nicht unbedingt sagen. Wenn er da lebt. Englisch ist die Hauptsprache. Sie ist am Arsch. Ja, versuch das mal zu übersetzen. Dagi. I'm on the ass. Wenn du das sagst, dann wird er bestimmt lachen. So, besser gehören, Headhunter. Ich bin in the butt. Kann man auch sagen, ja. Oh, 1500 Gold. Das brauchen wir auch unbedingt. Ich denke eher nicht, Thomas. Okay, dann halt nichts. Dann bespüren wir halt mal. Ich werde jetzt warten, ob Waffel noch reinkommt. Und wenn nicht, mache ich weiter. Also ihr braucht ja sowieso keinen Frostneid, ne? Dagi und Erdbeere. Dann mache ich noch. Ich mache das jetzt noch. Ja, mache das Sturmschild. Ich mache das hier noch zweimal. Dann habe ich hier... Ach so, wegen dem Banner jetzt, ne? Ja, und wegen den 1500 Schneeflocken-Tipps, nehme ich einfach nur mit. Ach so, okay, ja gut, okay. Dann können wir... Ich weiß nicht. Was gibt es denn da drinnen und bleiben sollen? Dings hätte drin bleiben sollen, weil durch das Low-Level ist das echt richtig einfach. Ja, aber, ne. Das finde ich nicht so in Ordnung. Naja, ne, ne, die N-Bombe kommt nicht so toll. Ja. Okay, Dagi, viel Spaß und viel Glück beim Übersetzen. Also wir müssen das dann dreimal machen für 1,5k. Ich weiß nicht, was gibt es denn da noch Spannendes aus... ...den Lamas. Ich glaube, ich habe mir schon alles. Ich brauche bloß die EP-Boost, die da drin sind. Mehr brauche ich nicht aus dem Lamas. Ja, Michelle. Michelle wird sonst noch mitmachen. Naja, dann los, dann machen wir das doch dann gleich nochmal. Zieh deine Community da durch. Äh. Ne, das... Ja, dann bleibe ich jetzt. Du willst es, was wir so machen. Danke, Skillhacks, für dein Follow. Danke, Amcrox, für dein Follow. Ähm. Ist öffentlich, ne? Kannst rein joinen. Dagi muss ja los wegen Arzt. Dann werden wir zu dritt. Okay, es ist offensichtlich. Obwohl ich bleibe, glaube ich, trotzdem Konstrukteur, wenn ich viel bauen kann. Ja, ja. Obwohl, dann werde ich jetzt nicht so zubauen, ne? Ganz ehrlich. Das sind deine Baupunkte, die du brauchst. Nein, ich meine jetzt so die Base zu bauen, meine ich. Ach, Dagi, du brauchst doch keine Angst zu haben. Und wenn nicht, machst du Handsprache. Richtig, mit Zeichensprache geht im Ausland immer, glaub mir. Mein Englisch ist auch nicht so gut und jeder Arzt hat mich im Ausland bis jetzt immer verstanden, wenn ich was heute. Außerdem kannst du ja sagen, I'm sick. Sick heißt ja mir schlecht, so. Genau. Ja, ein bisschen Englisch sollte man schon. Also, ich hätte gedacht, dass du ein bisschen Englisch kannst, wenn du da Praktikum machst in England. Unvorteilhaft, wenn man kein Englisch kann. Ja, aber das, also es gibt ja immer, wer der Frostneid braucht. Und deswegen, wenn dann nochmal jemand kommt und Frostneid braucht, dann kann ich es ja immer nochmal spielen. Ist ja noch Zeit. Der ist ja unangenehm. Bei dir unten, die Gruppenfunktion ist eingeschränkt. Hatte ich schon die ganzen letzten Tage, seit dem letzten Update. Und davor auch. Ich dachte mir nicht immer. Ich hab mich gestern schon gewundert, wo ich das bei dir gelesen habe. Hatten aber andere bisher auch. Also nicht nur ich, komischerweise. Ah. Ja, komisch, ne? Scheißspiel. Bisher funktioniert alles. Bisher. Ja, wer geht schon gerne zum Arzt, Dagi, um sich Zeitschriften durchzulesen, weil man warten muss und warten muss und dann noch was Unangenehmes über sich bringen lassen muss. Kein Schwein. Das ist wohl wahr. Dagi, wenn du das anhört. Naja, Dagi, also ich weiß nicht, wenn du sagst dir, I feel, heißt ja, ich fühle, I'm sick, I feel sick, da sagst du, ich fühle mich schlecht. Oder mir ist schlecht, nein, I feel sick, ja, mir ist schlecht. So, dann reicht das doch schon, dann musst du dich nicht anfassen. Gut, vielleicht guckt er dir einmal in den Mund rein. I feel like I have a grippe. Genau so. Genau so. Ne, ist klar, Dagi. Da ist das Häschen. Moin, Michelle. Hi. Ja, Dagi. Moin. Oh ja, okay. Jetzt brauchen wir noch einen Klein. Wird schwierig. Ich guck grad, wer noch... Sonst machen wir eine Randoms. Gamer King ist online, aber der ist auch nicht klein, ne. Ich hab keine Kleinen mehr in der Liste. Ist doch nicht schlimm. Wird schon. Michelle startet. Dann gibt die Gruppführung ab, genau. Genau, an den Kleinsten in der Gruppe. Wird schon. Wird schon. Hast du auch Reizhusten? Ja, ich bin total erkältet. Das mit dem Buch. Ja. Ja. Finaler Frost. Oh ja. Gute Bessung. Wie lange schon? Ja, es fing gestern an. Oh ja, dann hast du ja noch acht Tage vor dir. Ja, ich muss aber... Wieso? Neun Tage sagt man doch Erkältung. Erst kommt sie drei Tage, dann hat man sie drei Tage und dann geht sie drei Tage. Ich hab schon mal versucht, sie früher zu beenden, aber ich hab's nie hingekriegt. Da hilft nur viel. Da muss sogar mal halb eins in der Uni sein. Oh. Schön, alle freuen sich schon. Oh, noch besser. Die Uni freut sich. Michelle steckt alle an. In der Uni. Ach was. Ach was, kein Problem. Musst du da auf dem Podest stehen? Ne, ach ne, mündliche Prüfung ist einfach nur sitzen und, äh, ne, gar nicht. Ne, ich zieh zwei Karten, ich zieh zwei Karten und dann zieh ich halt so zwei Themen. Ich such mir eins aus, dann sitzen zwei Dozenten vor mir und ich beantworte die Fragen und dann geh ich. Ja, dann machst du immer... Genau. Komm, Schuder sagt nein. Das tut auch bestimmt gut weh. Das geht. Komm, ich fühle mich. Komm, ich fühle mich. Oh, ist so gemein. Viel Glück, Ducky. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Du packst das. Wir haben dir jetzt gerade einen Tipp gegeben. Sag, I feel sick. Don't touch me. Vor allen Dingen. Don't touch me. Don't touch, sonst klatsch. Genau, das versteht er dann schon. Ach, du solltest auch mal schlafen gehen irgendwann. Nur am Gehen. Ja, ist das Wetter heute. Ist jeden Tag das Wetter. Du wunderschön. Aber es ist auch gemein. Also, das ist für mich immer so... Ich bin ja froh, wenn ich mal keine Bahn fahren muss, ne? Aber es ist ja auch nicht böse gemeint. Aber wenn da jemand neben mir sitzt und ich ja leider... Also, ich gehe kein Blue-Glo-Farm, ne? Schon, glaube ich, kann ich auch nicht. Ich gehe nicht Blue-Glo-Farm. Oh, mal hier dieses scheiß Eisklötter, ne? Ja, genau. Und wenn das jemals sitzen, wie mir in der Wahl und dann mich anhustet, werde ich direkt krank. Ich habe überhaupt gar kein Immunsystem. Das ist schon echt. Bleib doch mal stehen, mein Gott. Ich bin mal gespannt, was der andere macht. Oder um dir deinen Versagen vor Augen zu führen, genau. Und sonst, Michelle, geht es dir gut. Außer Erkältung. Ja, sonst geht es eigentlich. Und dir? Ja, also ich kann ja überhaupt nicht klagen, glaube ich. Außer dein Internet. Ja, oh, ja, hör auf. Das ist das Einzige, was mir nervt im Moment. Und no money, no cry, oder? Ne, umgedreht. Ja, Vorteil, wenn man Konstrukteur hat, kann man auch wegen Bauen, ne? Ich spart mal ein bisschen Ressourcen. Ich bin ja nun mal der absolute Entdeckerspieler, ne? Obwohl, der 8-Bit, der geht ja auch noch mit der Puppe und so. Ist ja schon ganz nice. Nervt dich das Eis? Ein Dezent, ja. So, Haus ist endlich weg. Hm. Also. Baust jetzt einfach zu. Läuft pas dir. Ja. Warum hatten die eigentlich kurzzeitig die Steuerung geändert? Ja, versteht kein Schwein. Es war auf jeden Fall lästig. Vor allen Dingen, weil... Ja, deswegen habe ich nicht gespielt, weil es mit tierischem Keks ging. Danke. Er bringt mir erstmal Fallen und Materialien. Das finde ich ja sehr korrekt von ihm. Das ist einer, der mitdenkt. Der weiß, ich bin Konstrukteur. Das ist immer cool, ne? Auch wenn wir es nicht brauchen, aber es macht ja nichts. Ich baue jetzt nur so ein, zwei Fallentunnel hier, wo die kommen, ne? Faktor Quatscher. Ein paar Deckengas fallen an, insofern wie ich sie habe. Nein. Oder auch nicht. Oh. Schnell, komm. Okay, jetzt. Verdammt, wo sich lang war da? Was machst du denn da? Ich habe den Krampus schnell getilgt. Nee, 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 nee wie man hat keine karte mehr das war ja auch das eine meinte solche heute ist hier alles zusammen keine karte ich habe ja 22 fast mit sich machen können ach so okay warum weil ich nicht spielen konnte weil ich am arbeit er ja das ist natürlich doof ja ja das ist aber auch immer nur rum ja mann ja permanent ja echt und dass er halt im frost erfrieren muss was so kalt ist ja das schon hundertmal gehört das ne auf das fallentunnel hier dann lögt das schon hast du schon nimmst einen ballon ich kann noch nicht spawnen ne kann noch nicht spawnen der sturm nimmt wieder zu mehr gegner sind unterwegs wo denn du bist da kommen die nicht noch von der anderen seite kommen wir nicht so weit von wo kommen die ja noch blend haben sie ein paar schlingel verlaufen noch ein paar schlinge verlaufen kann doch nicht wahr sein das gibt es ja nicht ne Ach, hör auf, Hülle. Er macht hier voll seinen Larry, ne? Ich suche die ganze Zeit Mats. Ich will mir noch eine Waffe machen. Ich leg dir mal alles hin, Jessie. Danke. Ich will noch ein paar Decken ausfallen. Ich baue dir auch gleich eine Waffe, Michelle, dann. Was willst du? Wir haben noch ein bisschen was im Angebot. Ist egal. Also, ich hätte da einmal Edelwerfer. Ich hätte den Drachenzorn, Vierfachwerfer oder Bazooka. Für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Was sie wollen. Ach, Bazooka, keine Ahnung, egal. Bazooka. Ich weiß nicht, was was ist grad. Mach ich dir. Bazooka ist immer gut. Ich kann keine Deckengasfallen bauen, ey. Was ist denn hier los? Bist du hier noch an der Base? Ja. Lauf nicht weg. Warte. In dem Krampus befindet sich Blutloof. Mach ihn weg. Danke. Ja. Ich kann mir selber keinen bauen. Oh ja, moin. Er macht den Krampus. Wieso kannst du so viel bauen? Wieso kannst du so viel bauen? Ja, weil ich hier alles wegloote, was hier rumliegt und steht und vorne. Ferkel. Das Monster schnippt voller Blutloof. Okay. Die Sturmmessungen besagen, dass es gleich noch viel schlimmer wird. Ich bin Lasterino. Achso, er hat das Blutloch für mich? Okay. Das ist ja nett. Ich sehe hier nichts mehr. Das ist zu lila, der Sturm. Ich bin Lasterino. Ich bin Lasterino. Ich muss hier echt den letzten Rotz abluten, ne? Das gibt's doch nicht. Ich bin Lasterino. Ja. Der Heisenbräder wurde repariert, und der Heisenbräder wieder zufrieden. Halt dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Ah, ah. Eine Vorratslieferung ohne Schattiergeschäft. Mit dem Blumblum sollte es schön heiß bleiben. Ah, das haben wir mal nicht so, wie er sich einbaut. Ich schläge dir gleich alles. Nein, Quatsch. Alles gut, kein Zweiten. Ich brauche nur irgendwie eine aktive oder sowas, glaube ich. Moment, ich habe hier ein paar Sachen hingelegt. Ich weiß nicht, ob da eine aktive dabei war. Ich darf mal durch. Ja, war eindeutig. Da kann ich, ich brauche wenigstens eine Waffe. So, das ist alles gut. Können wir vielleicht noch ein paar Deckengas fallen? Einer. Ja, Mann. So, das ist alles gut. da hätte ich nur müssen das bank nachher jetzt kommen wir den hexis das finde ich ja sehr schön konnte das passieren ach so ich muss ja weil ich ja weil ich sie ein stück keine marz mehr hat jemand fünf schattensplitter bestimmt ich habe 25 also hat sie sich jetzt mit schlimmer vorgestellt aber irgendwo ist immer eine blöde rolle die wollte kein fahrer wechsel machen damit ich weg kann das kann passieren ist es öfter und schon passiert auch bei mir das aber der schlag ist es eigentlich sonst immer bei mir gewesen das spiel der schlag nicht funktioniert hat einfach mal so hier ist geil ne die waffe finde ich auch gut als die bett sie ne benutze nicht bett sie was hast du da an der hand das ist ach ja der komische drachen genau jetzt ein bisschen stein damit du ein bisschen bauen kannst mit leid stein oder ach da danke hä die brauche ich doch gar nicht ich brauche auch die matzen das würde mich komplett verarschen ein wenig kannst du los kannst du fallen losbauen soll ich mir zu fallen noch bauen bei Welle 5 stimmt ich habe eigentlich genug für die decke wenn da jetzt gleich noch hier ist offen am brenner alles gegen du meinst wegen voll fallen bauen nee hier um die decke ist ja auch nur am brenner ach so ok ja warte ich geh hin wo ich stehe warte mal ach so da um ja allein schon die ganze decke das waren zwei stück die bautrophäe nein nein ich bin gleich da nein die kühlschranktypen machen mich fertig ein das wäre nicht so gut oh ich packe nicht so viel pulver rein naja brauchen wir das gar nicht nur noch 25 gegner also ich hätte jetzt gedacht da kommt jetzt nochmal so eine richtige Herausforderung auf frostneid aber irgendwie das ist ja voll äh voll die lütscher auch glaube so ja das lief das hört sich schwerer an wenn man fließt als es ist im ende das ist wirklich so wenn es ja nicht alles so schwer machen wie den 158er modus das jetzt nun nicht aber da brauchst du da noch keine waffen mehr bei ihm ne das in der tat ne nein geht er nicht keine panik der geht nicht aus kommt vier stück ja okay gut ich muss vielleicht nochmal einen reinpumpen da ja stimmt auch das brauchen wir den schleudern oder was ja stimmt auch ja ja das ja 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 das ja 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 Uuuu, ne 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 Na jetzt muss er Ja, alter Ne, das war aber jetzt schon Ah, mein Joker Erst bei 25, 24 Ich geh von hier Warum soll ich hier bis zum Schluss machen Ich hab nicht 128 Ups Oh, Feuerwerk Im Heizbrenner Nochmal Hey Das ist mein Feuerwerk hier Er geht rein und macht Waffe ist kaputt Jetzt können wir nur noch Spitzhacke Das wäre so fies Wenn man andere Leute töten könnte 42 Sekunden Langeweile Ja, echte Und dann wegen ein paar Schwebern Das wäre so wenig Mats, ey Jetzt würde ich noch weiterbauen Ein bisschen sterben Was wünschst du magst, kann ich hier gehen? Nein, nein, alles gut Jetzt ist sowieso egal Nein, nein, wegen bauen Versuchen die Trophäe zu kriegen Welche Trophäe? Das ist wenn du auf Aufträge gehst Herausforderung klickst Dann ist da Talentierter Baumeister Also die gibt schon Ewigkeiten Die Trophäe, aber Ja Man hat es halt immer Sich nicht drum gekümmert So, ne? Stimmt, das war die Trophäe Stimmt, das war die Trophäe Was mal auf der Blutloch reinzumachen Der Brenner war verbraucht Ach, stimmt, das ist ja Ach, stimmt, das ist ja noch Welle 6 Ich habe gedacht, ach ja, scheißegal, können wir doch verkacken jetzt Nein, das wollen wir natürlich nicht Die müssen wir noch Und ich verballere meine Waffe einfach mal Ja, moin Sechs Gegner Scheiße, jetzt haben wir aber ein bisschen Problem, ne? Ich habe keine Waffe So, noch einer Von wo denn? Von oben? Eine Warte, oh, er stieß gerade vor mir Ich habe keine Waffe mehr Ja, echt, ne? Ich habe keinen Baumatzen mehr, weil ihr alles verdöntet habt Ich habe nichts, ich habe keine Waffe mehr, nix Geil Ein Schweber wäre man nicht schlecht Ja, echt, ne? Da kommt einfach mal kein Schweber mehr Hier kommt noch mal eine Welle von Hüllen Ja, hier kommt einer Bei mir Süden Ja, ich habe ihn schon ein bisschen angehütet, aber Ja, wunderbar, wunderbar Gott, ich Idiot Da, da, da Und keiner sagt was, ne? Ich weiß, wir haben noch eine Welle Nein Aber doch Schön spät Ich schneide die Lager über nicht, ey Ich habe mich schält, ihr Michelle, du redest die ganze Zeit Nee Achso, okay, weil dann Ah, es sah so aus Dass dein Mikrofon sich bewegt Ist mein Laptop jetzt ausgeladen, schon Ich habe extra nichts gesagt Danke, Joker Du bist ja richtiger Gönner Voll gemein Ich vergesse es immer, wenn da steht Welle 5 Welle 6 Dann denke ich Oh ja, wir sind schon fertig Lässt sie mich da voll reinlaufen Ach, Joker Wir haben schon manchmal Wellen überlebt Da haben wir gar nichts mehr gemacht Und wir haben noch 10 Wellen überlebt So ungefähr Und die Schweberwelle kam vorhin Später erst, oder nicht? Ach, genau gleich Genau gleich Ja Jetzt kommt die Zermalmerwelle, oder? Genau Ja Achso, ich kann noch ein bisschen was bauen Das muss man ja noch ausnutzen Ich kann nichts mehr bauen Bombshell Eliminiere Bombshell, Lobber Steht da Ja, gar nicht Smasher Krass Von wir haben Smasher gewesen Ja, genau Aber meine ich doch Dann sind die doch unterschiedlich Achte, war vorhin bei euch Smasher Ah, siehst du? Alter Alles klar Richtig sterben Richtig Joke Du bist ja eh schon tot jetzt Hat da jemand gerade nicht teilgenommen? Der hat das Ach nee Ich sehe alles von hinten Ja Ich sag ja, weil Ich sehe dich im Ladescreen gar nicht Witzigerweise Ich war tot Ich war tot Jetzt diskutiert Joker und Ersbär Sag mal Decken ausfallen Ja oder nein Also der Don Der hat ja eine Base gebaut So wie er es im Frostnight immer gemacht hat Der hat es gar nicht schlecht gebaut Hat es in seinem Sturmschild nachgebaut So viel Langeweile muss man haben So meine Liebe Nee Joker Bin ich nicht heiß drauf Ehrlich nicht So jetzt können wir doch mal einen Namen holen Ich weiß ja nicht was ihr macht Aber ich denke Ich werde jetzt weiter Stumm schön Na was haben wir denn jetzt hier Schönes gekriegt Wir haben beide schon glaube ich Drachen macht Bin ich mir nicht so ganz sicher Ich glaube schon Und viele Matz ne Vor allen Dingen Kommt auch in dem Jahrhundert nochmal ein super Anhänger Lama Ja das habe ich mich auch schon gefragt Also absolut Ich verstehe es auch nicht Warum da keins kommt Sie haben die letzte Zeit immer nur Anhänger Lama Ist rausgeschnallt Aber kein super Anhänger Lama Drachen macht Das ist echt komisch Warte mal Die Drachen macht Habe ich doch schon Das Drachen zorn Oder auch nicht Hatte ich nicht die Drachen macht Wahrscheinlich glaube ich auf Ähm Episch Doch da ist sie doch Drachen macht Dann können wir die ja ins Buch kleben Ach ne es geht auch nicht Wieso kann man die nicht ins Buch kleben Das ist doch doof Das mache ich denn jetzt mit der löschen oder was Wenn man die eh nicht Ich bin da mal raus aus der Gruppe und suche ein Sturmschild Wie immer Okay Spaß Dankeschön Ciao Tschüss gute Besserung Michelle Danke Viel Tätel Bis schon in der Gilde Don bestimmt Don ist Frosteneidkönig glaube ich Don So Dann sind die Joghurt noch nebenbei essen Tudi macht kein Auge Komm mir nicht so Gilde Wie lange ich das schon immer gehört habe Vielleicht sollte man auch noch einen Held wechseln Wäre auch mal nicht schlecht ne Ich spiele mit dem bestimmt kein Sturmschild Flotte Füße Ich frage mich auch mal die Jazz mit Mit einer Nahkampfwaffe Auf Geschwindigkeit Und dann noch die flotten Füße drin Genauso schnell bekommt wie den Wolf zum Beispiel Der Wolf ist ja auch so ultra schnell Aha Aber ihr seid beide extreme Spiele Was das könnte Sturm schüttern aber ich glaube eher nicht Ne ist es eine Mission Hä Ich verstehe auch nicht Warum dieser Ladescreen kommt Sieh mal gar nicht was so eine Mission ist Was ist das? Das war's für heute. lecker das dauert mir ein durch zu lange evakuierung da muss ich ganz schnell groß habt ihr denn jetzt mal zusammen 128 gespielt keine datenbeschaffung normal mission okay aber dann nicht die datenbeschaffung ja das stimmt zwei stunden überlegt mal dass es viel zeit für so eine mission nicht ich oder don hast du leute erdbeere also ich kann dir sagen wer auf jeden fall noch frost neid viel macht ich glaube die perks sind interessanter mustafa es klappt heute schon wieder gar nicht obwohl es jetzt eigentlich mittags wo sind die ganzen sturm schilder ich hätte mal nicht reingehen sollen was entdecker war wir warten jetzt nun also ich wäre auf jeden fall dabei einmal würde es auch mal machen also nicht wegen bock aber mit euch macht es bestimmt dann noch spaß und erdbeere es gibt ja ein bisschen das auch ständig in letzter zeit ist der chris gaming tv den ich auch host ab und zu das dann auf jeden fall auch mal mit dabei ich muss das auch aus ich darf nicht vergessen die noch aufzuladen wenn ich unterwegs bin diese zeiten kenne ich nicht ja ich wusste den ab und zu chris gaming tv glaube ich war das tv am ende der der ist auch deutsch macht das nicht nein das mache ich nicht ja chris ist auch deutsch nicht deutsch also okay nicht habe ich wieder verlesen ähm ja passt eigentlich nicht zum sturm schild doch ist aber es ist ein sturm schild ich habe eine rausgegangen doch ähm chris macht andauernd und don ist da auch immer mit dabei der hat sich da eingeklinkt in die gruppe und spielt nur noch frost night ah ja okay das war es mal wieder komplett was ist das denn gerade bitte ah ja was für bug aber dass die animation dann auch zwischenzeitlich kommt was war das denn geil geil schade hat nicht gezählt wer schön wer witzig gewesen wären heute geschaltet sich doch schon wieder ein schwierig glück ist auch gerne sturm schüttungen erb wäre wenn du lange weile hast nicht immer nur bei mir rein kommen sauerei das ist safe kind schuld kann ich jetzt gucken nein wie waren es nicht gerade die gleichen wie waren es nicht gerade die gleichen können ich spiel jetzt sonst auch gleich missionen aber wenn das nix wird hier gerade es ist schon wieder schwierig hier man kriegt auch keine 1er lobby da gehe ich auf gar keinen fall rein von dem nussknacker habe ich Angst der knackt immer nüsse der knackt immer nüsse hat nicht gezählt kingstar bestimmt keins doch oh piep 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 genau aber das ist es es Das war's. Oha, hier geht schon die Post auf. Was ist denn hier los? Alter, was ist denn das für ein Stummschild? Warte mal, 40er Gegner, Alter, das ist doch schon wieder 8er oder so. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Ja, aber dafür, dass schon wieder nichts gebaut ist, das ist schon da. Sagen wir mal nix zu, ne? Piep. Oh, rechte sind da. Ja, super. Da ist der Fallschein. Oh, Alter. Was ist denn hier schon wieder los? Ist alles zugebaut, wie soll die Linie reinkommen? Ja, eben. Glaubst du? Ach so, hier ist ja ein Fallentunnel, ein sogenannter. Ja, der war zu. Sogar mit 68er Fallen. Da war ja nicht kämpfen, wa? Ja. Eigentlich rein toltisch. Aber auch so komisch gebaut schon wieder. Die Wandgenommen sind alle Level 10. Ja, moin. Aber die Dinger sterben wird trotzdem in dem Tunnel drin. Meinst du? Aber hier, äh, Boden ist, Boden ist noch 58. Das war aber auch nicht so schlau, ne? Ja. Mit dem Raketenwaffen? Ja, er ballert da schön rein, kein Problem. Ja, und der und clever. Fässer kommen, kein Problem. Ich setze dann doch mal lieber eine Drohne. Ja, das sind die ganzen Evonix-Fans hier, die spielen alle nur mit Raketenwaffen. Kann man doch auch, aber dann sollte man sich nicht in Fallentunnel stellen zumindest. Das ist nicht so effektiv, finde ich. Nee, überhaupt nicht. Da brauche ich den Fallentunnel. Ja, eben. Gib mir Stein und Holz. Auf jeden Joker. Safe. Ist die mit Liebe gebaut. Ja, so richtig. Ich hab hier sogar Baurechte verpasst. Ja, hast du doch eben grad sogar selber gesagt. Find ich echt krass, oder? Wir ziehen hier Baurechte. Weil es ihm wahrscheinlich eh scheißegal ist, was hier passiert. Boah, fahr sie. Du musst dich immer aber mal snacken. Ich weiß auch nicht, warum ich so Bock hab auf die Sturmschilde. Eigentlich müsste ich ständig, das ist eigentlich eine ständige Beleidigung fürs Auge. Ja. Etwas, ja. Obwohl es ja eigentlich gut losging mit dem einen, der gut gebaut hat er heute. Dann noch das Label so wie das hier aussieht, wird er das Spiel nicht lange spielen. Nö. Den gebe ich noch zwei Monate, dann hat er keinen Bock mehr. Ja. Richtig. Ey. Oh, Fase. Also ich glaube, ich könnte Millionen Phasen im Lager haben. Das wäre scheißegal. Hauptsache ich hab sie. Es geht ums Prinzip. Was sagst du? Jocke? Ne, Don. Ich brauch legendäre. Ich hab durch Frostnet 25.000 legendäre gefarmt. Du bist auch epische. Ich brauch epische. Na, ich hab noch 70.000 Schneeflockenkückels. Ich mach den nicht auf, weil mir das einfach zu belassen ist. Krank einfach krank. Es ist bald vorbei. Auf 1. März geht die Golfsaison wieder los und dann ist es nicht schwer. Die Golfsaison. Dann wird wieder gearbeitet. Seine die Drop noch mal so ein Event, dann setze ich mich da schon noch mal ein Wochenende. Wieso zockt dann gar nicht mehr, nur weil Golf-Event ist? Äh, Golf-Event. Ja, aber ich hab keine Zeit, also nicht viel Zeit. Ja, stimmt. Du musst ständig arbeiten wahrscheinlich. Ja. Zwölf Stunden am Tag Minimum. Oh. Das ist belastend. Es geht schon. Dafür bin ich dann nach November wieder zu Hause. Aber zwölf Stunden ist schon nicht wenig. Ja. Dafür sitze ich drei, vier Monate im Winter rum. Wir haben auch gar nicht arbeiten, kassiert von der Skade. Das kann ich trotzdem nicht. Das ist ja wie, äh, auf dem Mann, Saisonarbeit. Das ist nicht so meins. aber ob du golf lehrer bist ich leite die golfplatz lege mit vier angestellt und ich habe noch vier angestellt er ist der nobel Prozent auch heißt du da mal die Prozent beim Aufholen im Sommer im Sommerjahr wollte Elton ich verstehe die Geschichten auch erlöst die Komma zu mir ich bin ganz schüchterner Junge die Arme in der Augenblut zu da ist so denken wir es nicht von mir ist aber aber das sieht bei den meisten Mädels von der Karte Prozent Prozent aber die harten Partys feiern aber ganz schüchtern ein Junge der Auge um Prozent klingt gemütlich ja weil schon bis zum Anfang nicht glaubt Volker sagen ich kann mir vorstellen dass so gemütlich ist aber bis zu diesem Leben der Schild an den anderen muss bei jedem ist egal was denn wetter ist draußen arbeiten scheißegal und vergringet oder stürmen und muss von kraft und das macht er nicht hier wir sollen ja nicht die banken hier wecken hier rumliegen brauchst du noch planken ja leider ja ich kann ja welche gehen aber nicht weil es viele ich bin das besser klären das auch mal wieder alles zu bauen die drohne was anderes brauchst du jetzt habe ich gesehen auch für manche waffen brauchst du auch noch quarzkristall jetzt würde ich sagen graskristall das grüne nehme ich auch quarzkristall genau deine planken ich habe schon ein paar verschenkt weil ich ich loote ja so viele ihr habt viel einfach meine kekse sind gut also hier heute schmecken sie mir richtig gut weißt du wie viele viele scheißplanken wenn ich mal im inventar hatte das jetzt schon weniger geworden aber es hat bestimmt fünf oder ich habe immer noch so viele guck mal also ehrlich was soll ich mir zu viel planen weiter ja eben alter mein rucksack ist permanent voll was habe ich den tag gesehen jetzt alles aus den taschen gefallen bin ja ich fahre mir schon nicht mehr weil es einfach abartig ist viel dass die kleinigkeit noch mal los werden ich weiß gar nicht mehr wofür brauchen wir noch mal kohle zum besser herstellen ja also braucht die reintöte schon ja warte ich komme zu dir nehmen müssen dann kommt zu dir wenn ich das auch nicht dass er gleich auch immer machen wir gleich ich bin hinter dir ja ja ganz in ruhe kein stress kein stress letzte welle ne mach mal nicht auf dicke welle es ist die letzte welle der steht eh noch an seinem turm hat nix zu sagen der kommt auf einmal reingeschissen da kennst du gar nix ist trainierter scammer ja eben hier merci danke danke oh danke 1 deck und katapulte bauen reicht okay ja reicht das kino von donner auf schnauze weil ich die alle verschenke ich die alle verschenke ich muss ja auch immer holz farben ne ja deswegen deswegen es ist du ich habe immer noch so viele dorn ich sammle jetzt auch weiter weil ich immer noch am bauen bin wenn ich irgendwann mal das bauen nicht mehr macht weil ich ein Trophäe habe dann okay gut dann gehe ich auch keine Farbe mehr und solange ich ständig am holz fahren bin mach logik da noch die zu behalten gott meine stimme ist furchtbar kannst du die mal ein bisschen leiser machen ist ja ekelhaft ich höre mich selbst wahnsinnig wahnsinnig die kopfhörer sind zu laut hey junge wo willst du hin mal stein bin ich schon wieder voll mal kurz den baum hier mitnehmen dann will ich gleich ja ne hallo die drohne und ah teddy ich bin ein bär wer hat auch so ne matz trinken nötig nur er ist auch die ganze Zeit am looten ja bei dem dreck den er hier baut ich bin nun der Sommer an was der hierhin baut ich brauche nur ich baue nur effektiv hier Kappa ja schleudig könnte das auch mal hier ein bisschen eingrenzen damit die nicht so weit laufen ne ich bin auch schon da voll mit metall das ist belastend wenn meine planka turnen ist da fühlt man sich wie halk ne man geht einfach durch die menge kriege ich keinen schaden so wirklich ja immer ist ja eh stark genug die maine ja schon wieder vorbei denn 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 Die ganzen Spanzen habe ich gerade einen Bodenkatapulte verbaut. Ich habe nicht eh eine Planke mehr, die ich gerade kriegte. Alle weg, Boden- und Bandkatapulte. Weitech-Tunnelsysteme. Die haben heute alle Kekse vergessen. Ich glaube, meine Kekse sind gut rübergekommen. Ich wollte Holger noch welche mitgeben. Shit, ganz vergessen. Oh, Toti, bist du fix und fertig? Ach, mein Mäusen, wir gehen bald wieder los, du. Machen ein bisschen Party-Alarm im Auto. Musiker hören. Ja, mein Mäuschen. Ja, Gott sei Dank kann man jetzt das Gold behalten und so viel wie möglich aufmachen. Hast du gesehen schon, Don? Also, ich mache jetzt weiter wie immer, ne? War ja auch nicht mehr so lange. Ich muss ja noch los. Ich muss ja noch los. Ne, noch nicht, Toti. Noch gehen wir nicht. Ne? Noch kannst du ein bisschen Nickerchen machen, ne? Genau. Ruhe dich ein bisschen aus. Gehe nachher wieder Gassi. In Hamburg. Rock. Ich glaube, ich muss ein bisschen früher los, weil dann kann ich vorher noch bei Mac-Exten ein Big Mac holen. Also, vielleicht sollte man auch auswählen machen, ne? Hast du gesehen? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt hab, Don. Ach, es läuft ja nicht so gut hier heute mit Sturmschillen. Ach so, dass ich 30 Prozent hab. Also, 300. Ich hab bestimmt kein Sturmschillen. Doch! Ha! Glück gehabt. Ich wär eigentlich rausgegangen. Ja, Don, hab ich dich aufgeholt oder nicht jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent hast du? Ja, ja. Mit anderen Zusammenspielen meine ich natürlich. Ich schaff ja auch nicht immer so viel, ne? Ich versuche mal jeden Tag, aber jetzt ist eigentlich die perfekte Uhrzeit mit Sturmschillen. Hab ich so festgestellt. Aber ist ja auch nicht immer so. Manchmal stimmt meine Theorie auch nicht. Oha. Hier. Oha. Alter Verwalter. Ich hab 30 Jahre alt. Hallo? Hallo? Ja. Go to somebody, please. I'm in a Livestream and I put you off. So, viel Spaß noch beim Weiterreden. Weil, äh... Nein, danke. Du sagst schon, dafür bin ich eine behinderte Kacke hier. Kann man nur so viel unnötigen Scheiß bauen. Ich bin ein Bier. weiß noch was. Ne? I, woa lived dann? spannend ist bevor hier einет! Jahrsertbar! Das ist genau für mich. Ich brauche nicht vom Come. Ja! Bist du? bis zum einfachen Firmen. Är ich Pferde? Ja. Dann als also Beschlüge, 208 gut dann habe ich ja schon gut eingeholt was ist abartig hier ich hasse sowas wo der baut hier überall so das ist richtig schwierig 3 im mut dabei ich bin voll mit metall schwierig schwierig ach so der bot ich stelle das auch noch mal irgendwann ein noch nicht das das Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff auf dem Osten vor. Wie so ein Kanäckel hier. Das muss doch auch nervig für ihn sein, oder nicht? Er spielt doch Konstrukteur. Der muss da auch überhoppeln, ey. Hoppel die Hoppel. Passiert. Und dann droppt er da noch die Base. Ah ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hier legt euch immer mit dem Bot an. Ja, dass du Gebäude mehr hast, war klar. Er hat ja schon auch fertig. Ich glaube wir mal mit dem Charme. Ich bin zwar universities. Gehen hier an hier an. fer. D thấy. Ich habe einen Vierer-Ping. Ich abde die ganze Zeit, hätte ich nicht drauf geachtet, ne? Aber Vierer-Ping war schlecht, ey. Seht ihr mal, wie schlecht meine Internetleitung im Moment ist? Echt ekelhaft. Zweier-Ping. Das war ich. Na dann, ne, auf nie. Wollen wir mal ein bisschen Müll hinschmeißen? Hast du wohl gedacht? Ist dir irgendwas schönes droppen? Gar keinen Fall. Ja, er braucht die Gülle auch noch. Gut, mehr kriegst du nicht. Mehr habe ich nicht. Guck mal, jetzt haben wir wieder 40 Platz. Jetzt können wir nur ordentlich sammeln. Wir machen das mal. Um, nein, hier war ich... Jetzt gebe ich jetzt. Ich gebe mal, McCarthy. Ich habe die Waffe nicht einmal gespielt, ne? Das ist echt lustig. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt überhaupt. Jetzt nur noch meine Drohne auf die letzten Sekunden. Bann die Leute, Bann! Auch wenn man es mir vielleicht nicht anzieht, aber ich lege eine heiße Sonne aufs Paket. Der Ladebildschirm. Ich glaube, der hat das alles vorher gebaut. Wenn man da mal seine beiden Punkte hat, wird wahrscheinlich auf schnelle Wellen noch irgendwas gebaut. Weil sonst wäre es eigentlich nicht machbar. Widerlich. Ja, man sieht immer wieder spannende Sturmschilde. Ja, Pira, warst du gerade selber in der Sturmschild oder was? Und dann. Ich werde mir ganz kurz nehmen. Das muss ich gleich machen, okay. Ach, du isst gerade? Ja, ich habe auch unheimlich cool Dampf. Und fertig mit dir der Ansturm heute bei McDonalds ist da. Ich glaube, ich werde mir einen auf dem Weg holen. Wenn sie mir keine zwei geben, dann werde ich weiterfahren. Und dann habe ich noch einen McDonalds vor mir, wo ich dann nochmal anhalten werde. Es sind zwei auf dem Weg. Ah, Sushi-Man, okay. Ja, Sushi bin ich gar kein Fan von. So, was du tot im Meer liest. Da bin ich nicht so Fan von. Kann kein Sturm sein. Nein, nein. Nicht der Skin. Mohammed, das wohl eher. Level 15, wenn er jetzt alleine ist, dann ja. Ja, siehst du? Läuft. Ah ja. Gerade angefangen. Das ist ja easy. Dazu was geht fix. Der baut erst mal sein Stummschild. Ja, moin. Ich mag nicht, wenn die Welle von hier kommt. Das ist nicht so gut. Vor allem nicht, wenn die ganzen Bäume hier stehen. Oh, Mohammed Ali. Kannst du nicht mehr deine Bäume hier weg machen? Ja. Ja. Ah, so die Playlist. Ich streame ja nicht über Computer im Moment. Du kannst auf meinem Profil gucken. Da hast du meine Playlist. Hätte ich vielleicht mal reinschreiben sollen. Das ist schade, dass die Leute immer nicht aus Profil gucken. Da hast du mal wieder den kackt Baum hier weg. Mach mal das. Mach mal. Hier ist schon mal eins. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die kommen hier immer so blöd von oben geplumpst. Das war doch easy. Neff! Du hast es geschafft. Warum sind die heute alle mit dem unterwegs? Das wundert mich ja eigentlich. Viele spielen denn heute? Der ist ja nicht irgendwie gesondert im Angebot jetzt. Ich bin, aber ich bin nicht nur mit dem温暖en. So, eine schauen wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Rein. Einer geht noch. Einer geht noch. Auf gar keinen Fall. Ein Horrase. Was ist hier drin? Glück gehabt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schon wieder piep. Piep, piep, piep. Wir haben dich alle lieb. Ich komme. 1, 0, 2, 0. Das schildert so. Alter. Was ist das? Was ist das? Holz. Stein. Herz. 28er Gegner. Kann kein Ruhestumschild sein. 3 oder 4 glaube ich. 2, 0, 3. 2, 0, 3. 2, 0, 3. 2, 0, 3. 3, 0, 3. 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0 Zufall? Nee. Nee. Was ist das für ein komisch? Achso. Das stimmt. Eine von den neuen Waffen. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff auf dem Süden vor. Sitze auf. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, gleich bei mir Mahlzeit. Ich hab schon so einen Hunger. Dresdner. Moinsen. Ach, hier ist das genau. Habt ihr das gesehen? Das geht übrigens auf dem Bärschnein. Holz. Wie schnell die auf einmal bauen da, ne? Schnell, Bro. Wir müssen die Phasering noch einsammeln. Beide drohen weg. Belastend. Naja, ich finde das nicht so niedlich. Dresdner. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Er hat schon seit Tagen Sturmschild im Plank. 90% der Spiele baut gar nichts. Ist schon echt traurig. Echt 90%. Wir können das an einer Hand anziehen, wie viel wir hatten, die echt mal Fallentunnel gebaut haben. Vor allem gute. Das kann es eigentlich nicht so sein. Mal klar sind da welche mit dabei, die wollen durchrushen, aber garantiert nicht alle. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Höhlen droppen aber auch wieder gar nix, ey. Sagen, ich lauf wieder in die Verkehrsrichtung. Der ist geplaced, gar nicht eingebaut. Ja, moin. Die Paula. Ja, Hauptsache, sie können trainen, wirklich. Echt so. Dieser verfluchte Baum steht hier immer noch. Ich hasse nur immer. Der ist auch nicht so schlau, anstatt er sein Bär hinterher setzt, wenn die Drohne weg ist. Nein. Der eine Pläser ist erstmal sein Teddy oben. Völlig. Deine Brü OS. Ja, OG. Genau. OP. Genau. Ich glaube, das wäre das dringlichste Waffe überhaupt. Ja. hier noch mein holz es gibt sich steht genau der verstecker nicht so gut was auch er wird können ich noch was bauen in allerletzter sekunde oder sie stehen einfach da rum keine ahnung von nichts macht nichts ei 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 also wenn die Echsen da jetzt rein scheißen, dann kann ich auch nichts mehr was natürlich passieren könnte ich meine ich denkt auch nicht daran malen um die hat zu kommen oder so ne was macht er da hinten weiß kein schwein ok irgendwer klingelt keine ahnung ich muss euch mal kurz muten 喝 1 2 4 5 5 5 der Hund bellt, aber guckt nicht mal, was da los ist. Das Paket, der drückt mir einfach in die Hand und das war's. Was machen die? Alter. Gut, dass ich eine Drohne gesetzt habe. Sonst wäre hier schon wieder alles Jacke wie Hose, eine Binsen. Allein, allein, in dieser Sturmschutz-Verteidigung haben wir. Ich meine, ich kann ja auch mal eine Drohne oder einen Teddy setzen, das ist ja nicht verkehrt, eigentlich. So schrauben. Oh, fahr sie hier. Mitnehmen. Danke, Dresden, für dein Follow. Ja, ja, nein, das ist... Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Paket kommt, also normalerweise kriegt man ja eigentlich immer eine Benachrichtigung. Aber es ist auch ein neuer Paket dafür, in die Vorhand, keine Ahnung, wer das schon wieder ist. Okay, nicht. Sonst haben wir eigentlich immer den gleichen. Der ist recht angenehm aus. Eigentlich erwarte ich kein Paket. Okay, interessant. Na, Tuti? Was geil ist, so schön nach... Nee, nee. So, ich glaube, ich werde euch mal jetzt verlassen, weil... schon eins. Zwei wollte ich eigentlich los, aber ich muss noch echt, ich muss auch was vorher wissen, bevor ich mir die Big Macs reinknalle, aber ich habe so ein Hunger. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt immer auch, Fabian. Das, da kannst du Dresden, ich glaube, da kannst du lange drauf warten. Ja, genau, richtig. Das wird noch, äh, es wird noch dauern. Das wird noch dauern. Ich schwöre es nicht, sobald man den Namen umändern kann, mache ich das. Echt, ich habe schon überlegt, manchmal einen anderen Account zu machen. Es ist echt schlimm mit der Trude. Mit der Oma Trude. Es geht ja bald. Es soll ja bald kommen. Das ist nicht, weil du jetzt gerade da bist, Fabian. Einfach so, weil ich jetzt, ich muss noch was essen, so um... War eigentlich, könnte ich noch bleiben, aber... Nee, ich habe Hunger, ey. Gucke ich noch meine Restfolgen noch von gestern. Und dann fahre ich los. Und dann bin ich irgendwann gegen gar einen Spätabend wieder da. Ich weiß nicht, ob ich Lama's aufmache oder nicht. Das ist einfach too much. Können wir noch was machen hier? Ich glaube nicht, oder? Ohne Regentropfen. Das ist aber nicht. Einmal Regentropfen können wir noch. Ja, doch. Das wissen wir. Den Text haben wir schon im alten Mal gesehen. Tschüss, Dawn. Oh, du Armer, musstest Sachen schnippen. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Heute Abend werde ich natürlich kein Fortnite streamen, weil da läuft das ja immer so bescheiden. Ich würde sagen, ihr schaut vielleicht später mal rein. Mal gucken, was ich dann streamen werde. Mal schauen. Weiß noch nicht so ganz. Ich wünsche euch erstmal einen wundervollen Nachmittag. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Und danke für eure Kommis. Haut rein. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ich wurde aus。 掉s Peru. Wir liegen danach immer so gut so gut. coy like. 뉴스 conclud am Ende. стан Hollتم. Bis bald. Peterin Laufe. Bis bald. farkь. Vielen Dank.